Hallo und herzlich willkommen zu Ressourcen.fm, dem Podcast über Material und Energierohrstoffe. Mein Name ist Martin Hillenbrandt und heute darf ich hier zur 26. Episode am 25.11.2021 ganz herzlich Justin Scholz als Co-Moderator, würde ich es jetzt einfach mal nennen, begrüßen. Hallo Justin, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Martin, vielen Dank für die Einladung und Gratulation zum 26. Ja, danke, habe ich beim letzten Mal, glaube ich, sogar vergessen, dass es die 25. Episode war. Also doch schon auch ein bisschen Holz, das da abgearbeitet wurde. Heute leider wieder eine Episode ohne die Bibi, die ja eigentlich mit dabei sein wollte. Jetzt heute aber aus verschiedenen persönlichen studientechnischen Gründen hier nicht mit dabei sein kann. Die aber bestimmt das nächste Mal oder übernächste Mal dann wieder am Start sein wird. Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute diese Episode aufnehmen, denn heute geht es um das Thema Lithium. Und ja, Lithium ist eigentlich, seitdem ich damals studiert habe oder seitdem ich damals mit dem Podcast angefangen habe, ist das so das Thema, wo ich sage, sehr geil, da muss ich dran. Das möchte ich mir mal anschauen, weil hier gibt es ja dermaßen viel unterschiedliche Meinungen. Und gerade ist es ja auch wieder ein totales Trendthema. Trendthema überall in der Zeitung steht irgendwie drin, Lithiumpreise gehen nach oben und wir sind alle doomd, weil die Versorgung irgendwie nicht passt und alles ist schlimm und die Umweltauswirkungen und Co. Aber da kommen wir später nochmal auf alles zurück. Ja, ich habe mir hier jetzt auch noch aufgeschrieben, Peak, Magnesium, Peak, Alu, Peak, Stahl, Chipmangel und globale Engpässe als Notiz an mich selber. Wer so ein bisschen die Nachrichten verfolgt hat und vielleicht auch ein bisschen meinen Twitter-Kanal Ressourcen.fm verfolgt hat, der hat das mitbekommen. Irgendwie ist gerade gefühlt alles knapp und wir haben irgendwo über Lieferengpässe. Wer jetzt seine Weihnachtsgeschenke über Amazon bestellt hat, der hat das bestimmt auch gemerkt, dass die etwas länger brauchen zum Teil. Also, bevor wir da jetzt tief reinsteigen, vielleicht nochmal Hintergrund zu mir, auch quasi, dass man meine Aussagen vielleicht einordnen kann, quasi der nötige Disclaimer an der Stelle. Ich bin Gründer eines Energiespeicher-Startups, also Stromspeicher-Startups. Wir arbeiten nicht mit Lithium, sondern mit flüssiger Luft als Speichermedium. Und wir glauben oder wir gehen davon aus, dass Lithium alleine nicht die Lösung sein wird, um alle Energiespeicherbedürfnisse, die wir auf dieser Welt haben, im Stromnetz vor allen Dingen für mehrere Tage und viele Stunden bis Tage abdecken zu können. Da gibt es andere Lösungen, die entwickelt werden, unter anderem unsere und zu den Lieferengpässen kann ich auch inzwischen Geschichten davon erzählen, weil wir ja in der Industrie im Moment versuchen, einfache Metallerzeugnisse oder Komponenten zu beschaffen. Und auch da teilweise wir dann so völlig absurde Lieferzeiten erfahren von, ja, ich kann Ihnen ein Metallrohr erst in sechs Monaten liefern. Und dann denkst du so, ich bin jetzt in Deutschland und ich kann mir jetzt kein Metallrohr, also je nachdem, wo ich dann frage, dauert es wirklich sechs Monate, bis ich ein Metallrohr geliefert bekommen kann. Das ist so, okay. Also, es ist wirklich ernst im Moment. Ja, danke nochmal auf den Hinweis natürlich. Wir hatten dich ja auch schon mal in einer Episode mit dabei und zwar in der Episode zu Halbleitertechnik oder Halbleitermaterialien. Und ja, von daher danke auch nochmal für das Disclaimer an dieser Stelle. Natürlich bist du jetzt wahrscheinlich nicht der größte Lithium-Ionen-Akku-Freund, würde ich jetzt mal so tippen, wenn du ein Startup oder in einem Unternehmen arbeitest, das gerade an einer konkurrierenden Technik arbeitet. Aber natürlich, so würde ich mir das jetzt nicht unterschreiben lassen, sondern wenn, dann geht es uns darum, dass wir, Lithium-Ionen-Technologie ist eine wirklich enorm erfolgreiche Technologie und die hat wirklich enorm viel ermöglicht. Die meisten modernen Rechen- oder Computing-Devices sind alle mit Lithium-gepowert. Ob das das Handy, der Scooter, der Shared-Scooter, der Laptop oder die Smartwatch ist, das ist alles Lithium-Ionen inzwischen. Und das auch die E-Autos sind mit den Reichweiten, die wir haben, nur mit Lithium sinnvoll machbar. Unsere Technologie, um da quasi einordnen, wo habe ich womöglich dann eine gefärbte Ansicht, wenn man mir das unterstellen wollte, ist bei der Anwendung von Speichern in langfristigen stationären Umfeldern. Also wenn ich sage, ich muss in einem Stromnetz jetzt mehrere Stunden Strom speichern können und das aber als stationäre Strom speichert, dann habe ich da wahrscheinlich einen Konflikt of Interest in der Hinsicht. Bei mobilen Anwendungen, sei es in einem Flugzeug, Scooter oder auch in einem Handy oder in einem Auto, wird unsere Technologie auf ganz lange absehbare Zeit nicht landen, weil da die Energiedichten nicht hoch genug sind und die Kosten dann in der Konstellation einfach keinen Sinn ergeben. Ja, voll und ganz richtig, vielen Dank. Von daher, vielleicht doch nicht der größte Kritiker, muss ich das zurückgeben. Ja, aber steigen wir einfach mal ein, so wie wir immer einsteigen bei einem Material. Ich glaube, mit der Hausmeisterei sind wir soweit durch. Und ja, Justin, korrigiere mich hier gerne, wenn du es irgendwo besser weißt. Ja, und als allererstes mal die Frage an euch, liebe Zuhörenden. Wo hört ihr diesen Podcast an? Habt ihr einen Laptop vor euch? Habt ihr ein Handy am Start? Habt ihr vielleicht irgendwie was ganz anderes am Start? In den meisten Fällen enthält das einen Akku, in den meisten Fällen wird das auch ein Lithium-Akku sein. Falls das bei euch nicht der Fall ist, schreibt mir mal gerne eine Nachricht. Das würde mich dann sehr interessieren, auf welchem Gerät das kein Lithium-Akku habt, ihr das jetzt gerade hier anhört. Und daran merkt ihr schon, Lithium ist aus unserem heutigen Leben eigentlich nicht mehr wegzudenken. Wie Justin das gerade eben schon gesagt hat, das ist in ganz vielen Produkten in Form von einem Akku drin. Und insbesondere deswegen, und weil ich es halt ein super spannendes Element auch finde, wollte ich schon sehr lange dazu was machen. Ja, mit Tesla und den Elektroautos ist es natürlich gerade auch ein sehr, sehr brisantes Thema. Und in einem Lithium-Ionen-Akku ist ja nicht nur Lithium drin, sondern teilweise auch Nickel oder andere Elemente. Nickel hatten wir ja jetzt schon in dem Podcast aufgenommen. Lithium, das Thema Lithium eben noch nicht. Und das wird jetzt eben hier heute aufgenommen. Ja, vielleicht bei dem Thema EV, was den einen oder anderen überrascht. Elektroautos, also EV ist gleich Elektroauto, einfach die Abkürzung für Electric Vehicle. Was hier sehr interessant ist, das gibt es nicht erst seit Tesla. Also Tesla und Elon Musk haben das nicht erfunden, auch wenn die das gerne öfters mal so hinstellen oder so damit auftreten. Aber 1996 gab es das erste Elektroserienauto von General Motors, das damals schon eine Reichweite von 130 Kilometern hatte. Was ich erstmal... Also in E3. Ja, 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 krass, 1996, count my words, General Motors hat das erste Elektroauto gebaut und da sahen nicht mal scheiße aus. Und war praktisch verschleißfrei, weil es damals halt wie bei einem Elektroauto so gut wie keine beweglichen Teile gab. Und dann gibt es hier einfach super viele Verschwörungsmythen, warum das Ganze denn eingestellt wurde. Angeblich hat die Erdöl-Lobby sich da eingemischt und hat sehr stark gegen EVs lobbyiert. Auch die Kohle-Lobby war da eigentlich eher pro EV, aber irgendwie hat sich das dann doch alles so verschoben, dass es dann gesagt wurde, okay, wir machen das nicht, weil wir verbrauchen da viel zu viel Kohle und der Stromverbrauch ist ja gigantisch. Und naja, im Grunde alle Argumente, die wir heute auch wieder haben, ja, also hatten wir damals schon gehabt. Und deswegen wurde damals halt gesagt, naja, wir machen jetzt irgendwie hier Benziner- und Dieselautos. Und das hat ja damals auch zum Teil Sinn gemacht, weil man einfach sagen muss, naja, wenn ich mit einem Auto irgendwo tanken gehe, ja, dann geht das ein bisschen schneller, zumindest in der damaligen Zeit, als jetzt vielleicht heute. Ich glaube, damals hatten die diese Schnellladesäulen, wie wir sie heute haben, noch nicht. Ja, aber unabhängig davon auch die USGS, also die amerikanische Geological Survey, die beschäftigt sich mit dem Thema auch schon länger und haben hier, ja, 2019 zum Beispiel Lithium auf ihren Commodity Summaries als Bild drauf gehabt, so eine Lithium-Evaporationsbecken für die Lithium-Gewinnung. Und haben damals auch schon darauf hingewiesen, ja, hier, das Thema ist wichtig. Wenn ihr einen guten Podcast-Player verwendet, dann seht ihr jetzt an dieser Stelle, wenn ihr euer Handy jetzt anschaut, auch in der Kapitelmarke, sofern Martin das möglich ist, urheberrechtlich, dieses Bild. Ja, muss ich mal gucken, wo kein Richter, da kein Kläger oder so, ne, aber nee, andersrum. Das sind ja die Amerikaner in Europa, was wäre denn da? Ja, okay, gut. Schauen wir mal, ob wir das möglich machen können, ansonsten seht ihr hier ein anderes... Sonst ist da mindestens ein Link anklickbar in einem guten Podcast-Player. Ja, den kriegt ihr auf jeden Fall, zumindest in den Shownotes und dann seht ihr immer so ein Evaporationsbecken, fand ich eigentlich ganz witzig. Ich habe die damals ja in Bolivien sogar live gesehen, aber da komme ich später auch nochmal dazu. Ist wahrscheinlich nicht so spannend, dem Wasserbarmverdunsten zuzuschauen. Ja, ich fand es schon ganz witzig, weil man mal die Finger reintauchen konnte und dann so spüren konnte, wie das halt, je nachdem in welcher Stufe das ist, dann fester wird. Ja, weil das irgendwann so eine richtige Schlonze ist. Also für die von euch, die nicht wissen, was Schlonze ist, einfach sehr festflüssig. Ja, belassen wir es dabei. Ja, und die USGS hat da schon relativ früh einen Fokus drauf gelegt und fand das interessant. Viele Automobilhersteller, insbesondere die europäischen, haben das vielleicht nur nicht so früh gemerkt, aber Tesla hat selber das schon recht früh auch gemerkt und sich da auch angefangen abzusichern. Die haben hier auch neben der anhaltenden Halbleiterknappheit, was ja irgendwie gefühlt die gesamte Hightech-Industrie trifft, haben sie auch angefangen, sich eben Lithium zu sichern durch verschiedene Terminmarktkontrakte, um eben hier die Versorgung mit Lithium für ihre eigene Batteriezellenherstellung abzusichern. Und da gibt es ganz viele Informationen, auch von Tesla selbst in den Präsentationen, unter anderem zum Beispiel in der Präsentation der Ergebnisse für das zweite Quartal 2021. Dort hat das Unternehmen selber angegeben, ich mache jetzt mal ein Zitat, aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Batteriezellen und der globalen Herausforderung in der Lieferkette wird der Start des Semi-LKW-Programms auf 2022 verschoben. Ja, also man sieht hier auch schon diese Knappheit, die hier scheinbar gerade vorherrscht, wirkt sich existenziell auch auf Unternehmen aus. Ich weiß jetzt nicht, ob es Tesla existenziell ist, bei anderen Automobilherstellern wird es auf jeden Fall der Fall sein. Tesla selber arbeitet gerade auch an der kommerziellen Produktion von Akkuzellen, verkauft die auch, beziehungsweise verwendet die aktuell in ihren eigenen Produkten. und arbeitet hier auch an der Herstellung von neuen Zellen oder neuen Zelldesigns für eben die Einführung dieses Semi-LKWs oder Semi-Trucks. Hier heißt die neue Zelle 4680. 4680. Ja, 4680, genau, okay. Natürlich Englisch, nicht auf Deutsch. 4680. Genau, okay. Hat den Hintergrund, ich glaube ursprünglich wurden die 2170, 21700 genannt, niemand wusste, warum da eine Null mehr dran ist. Und das sind im Endeffekt die Abmessungen in Millimetern, also ich glaube 80 Millimeter hoch und 46 Millimeter Durchmesser oder so. Und die 2170 dann entsprechend kleiner. Genau. Und die 2170 werden vor allen Dingen auch im Model 3 benötigt und in anderen Produkten von denen. Deswegen wollen sie da eben umsteigen, um eben genügend von diesen anderen Zellen, also von den 2170er Zellen für ihre Model 3 zur Verfügung zu haben. Und deswegen war so die Idee, dass sie da einen anderen Zelltypen verwenden, beziehungsweise halt, ja, warum auch immer. Genau, das ist jetzt sehr Tesla-spezifisch, aber ursprünglich oder sie wollten ursprünglich mal alles auf 4680 umstellen, weil sie bessere Performance und mehr Energiedichte dann da rausholen können und das Design verbessert und günstiger gemacht haben. Alles nicht so einfach hochzufahren und hoch zu skalieren, wenn du im Moment eh schon Autobauer bist, der mehrere hunderttausend Autos produzieren will und dann dementsprechend mehrere hunderttausend Autos mal, wahrscheinlich mindestens mehrere hundert Zellen pro Auto produzieren willst, den Semi kannst du auch mit normalen bauen und es gibt Kritiker, die dann auch sagen, es ist eigentlich sehr schade, dass sie den Semi nicht bauen, weil das allein ihnen zu bauen jetzt und auszuliefern würde ein so starkes Signal senden, dass du mit der vorhandenen 2170 Technologie sehr wettbewerbsfähige E-Laster bauen könntest. Das würde ein riesiges Signal senden, dass es jetzt verzögern ist, schade, vor allen Dingen, weil der CO2-Impact wahrscheinlich sogar besser ist, wenn ich mit einem Semi, der so viel braucht wie drei Model 3, den auf die Straßen stelle, was ich da an CO2-Einsparungen habe, versus ein Auto zu ersetzen. Also quasi ich kann mit einem Laster, muss ich vergleichen mit drei Benzinautos und das ist häufig halt eigentlich dann eine ganz gute Rechnung. Aber werden wir später ja auch nochmal sehen, insgesamt muss man die Rechnung bei der Abwägung zwischen Verbrenner und eben hier Elektroauto umso länger oder umso öfters und häufiger man mit dem Auto fährt, umso eher lohnt sich ein Elektroauto. Also von der Emissionsseite her, weil dann einfach die Emissionen zurückgehen, je nachdem was für den Strom man verwendet, muss man natürlich auch sehen. Aber das Gros der CO2-Emissionen bei einem Elektroauto fällt eben bei der Batterieproduktion an und nicht beim Fahren, im Gegensatz zum Verbrenner, wo natürlich auch mit jedem Liter verbranntem Brennstoff, Diesel oder Benzin oder was auch immer, da dann Emissionen anfallen. Und dementsprechend hast du voll und ganz recht, bei einem LKW oder bei einem Truck, der jetzt wahrscheinlich häufiger gefahren wird als jetzt ein Privat-Pkw, der die meiste Zeit des Tages irgendwo auf einem Parkplatz steht, lohnt sich das natürlich dann auch schneller oder halt intensiver. Ja, weil wenn halt so ein Auto rausgenommen wird, das normalerweise immer Benzin verbraucht, dann verbraucht, ja, okay, verwirre mich jetzt gerade. Ich beziehe mich da konkret auf genau eine Antwort oder einen Tweet-Thread, Twitter-Thread von Auge Höchstra, Professor in Niederlanden, der sich seit Jahren mit diesen Themen beschäftigt, insbesondere der Elektromobilität und der Analyse dieser im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz und wie umweltschonend sie tatsächlich sind. Von daher, der ist eine ganz gute Quelle, den verlinken wir auch für viele dieser Aspekte. Der macht regelmäßig Debunkings von, wenn dann wieder eine Pseudostudie kommt, dass irgendwie da Verbrenner und Elekt-EVs verglichen werden. Aber jetzt gehen wir hier mal weiter, da kommen wir später nochmal dazu. Sehr, sehr gerne. Abschließend an dem Punkt oder an der Stelle möchte ich noch darauf hinweisen, wenn ihr Informationen oder weiterführende Informationen außerhalb von dieser Episode, die ihr hier haben wollt, dann könnt ihr entweder dem Justin oder mir auf Twitter folgen. Ganz schamlos Eigenwerbung gemacht. Nee, Spaß beiseite. Was natürlich immer hilfreich ist, ist ein Unternehmen, sind die mittlerweile, glaube ich, Benchmark Lithium oder Benchmark heißen die, Benchmark Minerals. Die machen sehr viel zum Thema Lithium, auch zu anderen Materialien oder anderen Rohstoffen, aber vor allen Dingen eben zu Batterierohstoffen und zu Lithium. Und die haben hier auch eine Bewertung rausgegeben, haben sich mal angeschaut, wie sieht denn aktuell der gesamte Lithium-Ionen-Batteriemarkt aus? Wie wird sich das bis 2030 ungefähr verändern? Und die haben hier zum Beispiel gesehen oder prognostiziert, dass es hier nur 39 Prozent in diesem Markt nur zur Verfügung stehen, um die Kapazitäten zu erfüllen oder die Anforderungen zu erfüllen, die Tesla eigentlich hat, an die Hersteller von solchen Batteriezellen, die sie dann verbauen können. Tier 1 heißt das. Und ja, das zeigt eigentlich, dass es hier wahrscheinlich in den nächsten Jahren weiterhin Engpässe geben wird und dass eben Tesla sich auch sehr genau überlegen muss und natürlich auch die anderen Automobilhersteller sehr genau überlegen muss, was machen wir, wo kriegen wir unsere Batteriezellen her und worauf setzen wir hier insgesamt? Also das wird nicht nur, dass es weiterhin Engpässe geben wird, sie werden größer werden, weil die Nachfrage, was wir sehen nach Elektromobilität in Autos wird massiv steigen und die Preissenkungen wird spannend, ob die noch passieren oder wie sie passieren und wenn sie und ob sie passieren, wir werden sehen. Dazu kommen wir noch. Dazu kommen wir noch. Steigen wir erstmal mit den Basics ein, so wie ich das ja normalerweise mache oder so wie wir das normalerweise machen bei Ressourcen.fm. Es geht heute um Lithium. Lithium ist ein Element, der mit der Ordnungszahl 3. Oder wie manche auch sagen, Lithium. Lithium, ja, okay, ich sag Lithium. Ja, ist ein Element mit der Ordnungszahl 3. Es gehört zu den Alkalimetallen und ist in der zweiten Periode des Periodensystems angesiedelt. Es gehört zu den Leichtmetallen und ist dort auch das Leichtmetall mit der kleinsten und geringsten Dichte. Also es ist nicht in der zweiten Gruppe, sondern es ist nur in der zweiten Periode und in der ersten Hauptgruppe. Zweite Periode, erste Hauptgruppe, ja, hast du natürlich recht. Okay, ja, gut korrigiert, vielen Dank. Ich habe hier sogar ein Periodensystem neben dran hängen, hätte ich nur mal draufgeguckt. Du, ich habe hier auch eins links hängen, ich bin ja mal. Okay, es ist das 1 oder das feste Element mit der geringsten Dichte und hat eine sehr hohe Reaktivität, insbesondere mit Wasser. Wenn man es in Wasser reinschmeißt, dann gibt es da eine starke exotherme Reaktion. Also in der Natur kommt es nicht in elementarer Form vor, unter anderem deswegen. Im Laien-Deutsch auch gerne Explosion genannt. Genau, ja, hast recht. Weswegen man dann auch so Probleme hat, wenn man so ein Elektroauto, das brennt, mit Wasser löschen möchte, ist vielleicht eine schwierige oder nicht so gute Idee, je nachdem wie das. Hä, also kurzer Exkurs da, was ich da kenne oder auch mitbekommen habe, auch von Autobauern, ist das die einfachste Methode, dann so einen Lithiumbrand zu löschen. Im wahrsten Sinne des Wortes ist, man fährt dort mit einem Container hin, der ist mit Wasser gefüllt und dann macht man oben auf, hebt das brennende Auto da drüber, lässt es fallen ins Wasser und macht den Deckel zu und wartet, bis es aus ist. Ja, so kann man es natürlich auch machen. Wenn ihr so ein brennendes Elektroauto irgendwann mal seht, dann achtet auf die Flammenfärbung, denn Lithium verbrennt mit einer kaminroten Flamme. Und nein, bitte zündet nicht eure Handys an, das ist höchst gefährlich und an euren Hausbränden sind wir nicht dafür schuldig. Ja, auf jeden Fall, das wollte ich jetzt gar nicht hiermit irgendwie unterstellen, guter Disclaimer. Ihr könnt euren Chemielehrer fragen und habt das vielleicht im Chemieunterricht auch mal gesehen, denn da wird das ganz gerne mal gemacht, dass man eine Lithiumverbindung nimmt und die eben verbrennt oder in eine Flamme reinhält und dann hier eine kaminrote Flammenfärbung hat. Ja, Lithium wird so gut wie, ja, nee, Lithium wird sehr gerne verwendet in verschiedensten Anwendungsbereichen, allerdings noch gar nicht mal so lange in so großer und umfangreicher Form, wie wir das heute machen. Kommen wir später noch drauf zurück, wann denn sich das Ganze hier gedreht hat. Von der Geschichte her wurde Lithium entdeckt von einem Schweden und zwar von Johann August Arvetson. Arvetson, okay, mal wieder ein Name, den ich nicht aussprechen kann. Auf jeden Fall wurde das von diesem Schweden 1817 entdeckt und zwar hat er sich damals das Mineral Petalit angeschaut und hat hier dann festgestellt, oh, hier ist irgendwie ein fremdes Element drin, das er nicht ganz identifizieren konnte. Also er hat sich Petalit angeschaut und hat hier in Spodumen und Lepodolit dieses Element eben entdeckt. Der Mineral Fund, ja. Englisch Spodumin ist weiterhin auch heutzutage eine der Rohmaterialien, Rohstoffe, aus denen man dann Lithium gewinnt, Spodumin. Korrekt, ist auch mit das einzige Material, aus dem sich das aktuell wirtschaftlich lohnt, dort Lithium rauszugewinnen. Der Mineral Fund von dem Schweden damals war auf der Insel Utho in Schweden und, ja, dein Name Lithium wurde dann einfach abgeleitet aus, ja, Lithos, das heißt Stein. Und nachdem er es aus einem Stein rausgefunden hat, war er jetzt nicht so kreativ und hat gesagt, okay, nennen wir es Lithium. Ja, lustigerweise wurden auch die anderen Alkalimetalle dann an dem Namen orientiert, also Natrium und Kalium, dann Lithium. Irgendwo passt das alles in die gleiche, ja, Syntax rein. 1818 wurde dann die rote Flammenfärbung von Lithiumsalzen durch Christian Gottlob Gemlin entdeckt und nachgewiesen und 1818 dann auch von William Thomas Brand und Sir Humphrey Davy die Isolierung des Elements vorgenommen. Die haben hier ein elektrolytisches Verfahren am Lithiumoxid, Li2O, gemacht und haben hier dann eben entdeckt, dass man es darüber isolieren kann. Gemelin, ja, okay. Da steht Kmelin. Kmelin, okay, mal wieder falsch ausgesprochen, da hast du recht. Auf jeden Fall wurde das dann eben dort das erste Mal in größerer Menge rein, beziehungsweise erstmal in kleiner Menge elektrolytisch reinhergestellt. In 1855, also ein paar Jährchen später, haben es dann der bekannte Robert Bunsen, von dem auch der Bunsenbrenner stammt, und August Matthiesen geschafft, durch die reine oder durch die Elektrolyse von Lithiumchlorid, LICL, größere Mengen an reinem Lithium herzustellen. Also hier sieht man dann auch schon, es gibt verschiedene Grundstoffe, aus denen man Lithium gewinnen kann, und das ist auch in der heutigen Verarbeitung immer noch so der Fall, da hat es ja vorhin gesagt, dass Spudumen immer noch eine der Möglichkeiten ist, um Lithium herzustellen. Es gibt ja noch ein paar andere, und je nachdem, was man da verwendet, gibt es dann auch andere Zwischenprodukte, die dann eingesetzt werden und andere Verfahren. 1917, also wieder ein paar Jährchen später, hat es dann Wilhelm Schlenk geschafft, aus organischen Quecksilberverbindungen die ersten Lithium-organischen Verbindungen zu synthetisieren. Das wurde damals halt noch nicht groß technisch eingesetzt, sondern das war jetzt erstmal so ein Nachweis, dass es überhaupt geht. 1923 gab es dann die erste kommerzielle Produktion der Deutschen Metallgesellschaft in den Hans-Heinrich-Hütten in Langelsheim im Harz. Und hier wurde damals in einer Schmelze aus Lithium- und Kaliumchlorid, ja, wurde dann eben Lithium elektrolisiert oder gewonnen. Damals wurde es eingesetzt als Schmiermittel und in der Glasindustrie, hatte damals aber auch noch nicht so den großen Einsatzbereich, also es wurde halt irgendwie Labormaßstab verwendet und eingesetzt. Und wirklich den Durchbruch hat es erst dann mit dem Zweiten Weltkrieg oder nach dem Zweiten Weltkrieg. Und zwar wurde es im Zweiten Weltkrieg eingesetzt als Schmiermittel für die Luftfahrtindustrie. Dort hatte man die Aero-Engines, die dann hier eben ein Schmiermittel gebraucht haben, das höhere Temperaturen aushält und dafür wurde dann eben Lithium eingesetzt. Gut, in der Glasindustrie hat man es auch eingesetzt, aber es war ja noch, ja, relativ klein. Aber da ging es dann auch immer weiter voran, dass man es eingesetzt hat, zum Beispiel eben für, ja, Röhrenbildschirme, die hier Lithium in kleinen Mengen auf dem Glas drauf haben oder dann auch für verschiedene Gläser, die temperaturbeständig sind. Kommen wir aber später auch nochmal drauf zurück. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es dann vor allen Dingen von den Amerikanern eingesetzt und zwar zur Gewinnung von Tritium, was ja für die Wasserstoffbomben relevant war. Und wer sich so erinnert, Kalter Krieg, damals hatten die Amerikaner irgendwie sehr viel Lust darauf, Wasserstoffbomben zu bauen und zu entwickeln. Und, äh, dementsprechend war auch dann Lithium für die Kriegs wichtig, beziehungsweise rüstungsrelevant, ähm, und hier wurde das Lithium damals in der Kings Mountain Mine in North Carolina gewonnen. Und, äh, ja, Tritium selber ist nicht so wirklich stabil. Deswegen hat man, ähm, einen großen Vorrat an Lithium angelegt und, äh, hatte das eben, ja, auf Halde gehalten, um dann eben, wenn man eine Wasserstoffbombe einsetzen möchte, das Tritium daraus zu gewinnen und, ähm, damit dann zu arbeiten. Deswegen wurde zwischen 19... Ja? Weil ich jetzt nicht weiß, wie du aus Lithium dann Tritium bekommst, weil Tritium ist jetzt nicht das gleiche wie Lithium, sondern es ist ja ein, äh, Tritium ist ja ein Wasserstoffisotop. Äh, ja, aber du kannst... Du hast ja Wasserstoff, Deuterium und Tritium und das unterscheidet sich dann in der Anzahl der Neutronen, die du hast. Genau. Aber Tritium ist ja jetzt meines Wissens nicht direkt ein Lithiumisotop. Und deswegen weiß ich jetzt nicht, wie du aus Lithium direkt dein Tritium bekommst. Mag ein nuklearer Prozess sein, den sie sich irgendwie da schlau ausgedacht haben. Also Lithium hat ja zwei... Nur, dass einem bewusst ist, dass das nicht das gleiche ist, Lithium und Tritium. Äh, nee, ist auf jeden Fall nicht das gleiche, aber Lithium hat ja zwei Protonen und ich, also ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, es ist nur Mutmaßung hier, aber ich würde jetzt einfach mal drauf tippen, dass sie das Lithium genommen haben und das einfach geteilt haben, also Kernteilung gemacht haben. Nee, also du kannst eigentlich nach meinem Laienverständnis, nach meinem Studium, was da noch übrig ist, eigentlich jetzt nicht quasi ganz kleine Atomkerne teilen, sondern wenn dann, würde ich vermuten, dass du irgendwie versuchen kannst, dass du hoffst, dass aus dem Lithium sich das, äh, dass du da den, den, die Neutronen, die du hast, irgendwie noch umwandeln kannst oder so, dass es dann sich splittet. Aber das ist alles Spekulation, das könnt ihr gerne nachschauen, äh, aber nein, bitte baut keine Wasserstoff. Ja, und versucht das auch nicht mit euren Handyakkus zu machen. Also, ich weiß es selber ehrlich gesagt auch nicht, wie sie daraus Tritium gewonnen haben, vielleicht ist das irgendwie auch geschützt, das weiß ich nicht. Äh, nichtsdestotrotz haben sie eben große Vorräte angelegt zwischen 1953 und 63 und, äh, ja, diese Vorräte waren nach dem Kalten Krieg immer noch da und dann haben wir die halt verwendet, was dann auch sich ausgewirkt hat auf den Markt. Weil damals die Preise dann, ähm, ja, dadurch relativ niedrig gehalten wurden, bis eben diese großen Vorräte dann wieder abgebaut waren. Ähm, mittlerweile ist es ja nicht mehr der Fall, mittlerweile gibt es diese Vorräte nicht mehr, deswegen, ähm, haben die Amerikaner auch irgendwann wieder angefangen, Lithium selber abzubauen und haben 2009 hier auch ein, äh, American Recovery and Reinvestment Act, äh, aufgelegt und haben hier unter anderem 2,4 Milliarden US-Dollar für, ähm, Manufacturing und, äh, Produktion von Batterien und Elektroautos in den USA, ausgegeben, um eben hier diese Technologie auch, ähm, ja, in den USA anzusiedeln. Ähm, die Amerikaner waren damit 2009 etwas früher dran als die, ähm, als die Deutschen oder die Europäer, wobei es hier auch ähnliche Programme gab in einem kleineren Maßstab. 2009, warum gerade 2009? Damals gab es große Preiss, ähm, Schwankungen im Lithium-Bereich und man hat damals auch schon so gesehen, so, ah, ja, irgendwie Tesla, äh, das Thema Elektroauto ist vielleicht doch irgendwie relevant und, ähm, vielleicht brauchen wir doch irgendwie da eine, äh, Versorgung mit Lithium-Akkus im, äh, großen Stil. Und möchte das jetzt nicht unbedingt, äh, äh, global auslagern. Also 2009 war ja auch so große Weltwirtschaftskrise, ähm, vielleicht hat man sich damals gedacht, so, naja, versuchen wir das irgendwie national zu lösen. Seitdem hat sich einiges getan in den letzten beiden Jahren, ich hab's ja vorhin auch schon gesagt und auch aktuell ist das Thema Lithium immer wieder in den Nachrichten und, äh, vielleicht erinnert sich auch einer von euch dran, äh, vor eben 10 Jahren, beziehungsweise 20 Jahren war das auch schon mal der Fall, gut, 20 Jahre, 2000 rum, vielleicht nicht unbedingt, aber so vor 10 Jahren gab's das auch schon mal. äh, damals wurde sehr, sehr stark gewarnt, äh, eben 2009 rum, äh, ja, hier, wir haben Engpässe oder wir kriegen Engpässe im Lithium-Bereich, äh, wenn wir jetzt alle irgendwo Elektroautos bauen und danach ist erstmal nichts passiert. So, ist zumindest meine Wahrnehmung bis jetzt letzten 1, 2 Jahre, ähm, jetzt kann man natürlich überlegen, warum, ja, Justin, weißt du's, warum, äh, gab's dann nicht diesen Engpass und den Weltuntergang, der damals so groß, äh, beschworen wurde? Also, ich mein, das Interessante ist, ist, dass, äh, eigentlich alle Transformationsprozesse, alle Übergangsprozesse in der Regel nicht auf einen Schlag sind, also ich hab nicht, ich mach einen Schnipp und dann hab ich morgen 100% erneuerbare Energien, das, so funktioniert's einfach nicht auf dieser Welt und genauso hab ich nicht von einem auf den nächsten Tag, quasi hat jeder eine Smartwatch am Arm und jeder ein iPhone und jeder noch irgendwie ein Tablet seiner oder ein Smartphone und noch ein Laptop und am besten noch ein E-Auto und alles zusammen und ab morgen ist der Bedarf auf einen Schlag 100 Mal höher. Passiert einfach nicht, sondern die, die, die Bedarf oder Bedürfnisse steigen, äh, die steigen dann auch exponentiell womöglich, aber die Unternehmen, die sich um die Versorgung kümmern, beziehungsweise dort ein Geschäftsmodell sehen, äh, die können dann schon auch Kapazitäten aufbauen, also es ist jetzt nicht so, dass, da kommen wir auch noch dazu, äh, wo gibt's denn Lithium und wie wird's abgebaut, aber es, es gibt es, ich hab jetzt nicht das Problem, dass ich keine weiteren Minen oder keine weiteren Förderstätten erschließen könnte, das Problem ist eher, wie kann ich in dem wirtschaftlichen Gefüge, in dem wir sind, darstellen, dass das, was ich jetzt aufbaue, für viel Geld, dass sich das lohnt und da wurde damals sehr viel aufgebaut an Kapazitäten, das hat uns auch geholfen, bloß jetzt führt es dazu, dass seit Jahren zu wenig ausgebaut wird, weil damals haben viel ziemlich viele ins Gras gebissen, weil die nämlich ausgebaut haben, auf steigende Preise bettend und die kamen nicht und die sind dann finanziell daran zur Runde gegangen und deshalb sieht man seit Jahren immer noch, dass quasi dieser Ausbau von Lithiumförderung sehr träge ist, weil die Investoren da quasi vor, sich ja noch erinnern, dass sie vor zehn Jahren oder was es war, da schon mal einmal ins Gras gebissen haben und das beißt uns dann jetzt dann in den nächsten Jahren. Ja, voll und ganz richtig, das Ganze wird auch als Holy Cow Moment bezeichnet oder beziehungsweise Holy Cow Theorie oder auch als Schweinezyklus bezeichnet, also zu dem Holy Cow Moment fand ich eine super interessante Theorie, die ich da mal gesehen habe und zwar müsst ihr euch vorstellen, stellt euch ein Diagramm, zweiachsiges Diagramm einfach vor und ihr habt eine lineare Kurve drauf, ja, einfach nur steigende Kurve von 0 bis auf der x-Achse ins Unendliche. Wenn es eine gerade Linie ist, nennt man es doch noch Kurve. Gerade, gerade, linear, gerade, ja, 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 hast ja recht, okay, gut, also einfach eine Gerade und diese Gerade ist die Erwartung der Menschen, ja. Allgemein nehmen wir an, eine Technologie wird entwickelt und die Entwicklung ist linear oder auch der Absatz ist linear, also irgendwie heute kaufe ich ein Auto, morgen zwei, übermorgen drei, danach vier, also einfach normal nach oben steigend. Die Realität ist aber, wie du schon gesagt hast, äh, oftmals anders, sondern, äh, irgendwie am Anfang hast du so, keiner kauft was, morgen kauft keiner was, dann kauft einer was und auf einmal kaufen ganz viele, ja, und genau das Gleiche haben wir jetzt auch bei den Elektroautos eventuell gerade, ähm, der Holy Cow Moment ist dann, wenn diese, wie du gesagt hast, ähm, vielleicht exponentiell ansteigende Kurve oder wie auch immer geartet ansteigende... S-Curve in der Regel, also man spricht da von einer S-Kurve, ähm, wo man auf der horizontalen Achse, also der flachen Achse, ähm, aufträgt, äh, die Zeit und nach oben, wie viel, äh, Prozent des, des, des Marktes haben diese Technologie adaptiert und diese S-Curves, äh, sehr hörenswert in der Hinsicht übrigens, beschäftigt sich seit langem damit, das S-Symco, äh, Horace Dedue, der macht das, äh, in verschiedensten Branchen, aber eben auch bei, bei, äh, Consumer Electronics würde ich es mal ganz äh, zusammengefasst nennen und da sieht man eigentlich immer, dass diese S, dass es immer eine S-Kurve ist, das heißt, man, man stellt sich einfach vor, man geht in so einer schönen kurvigen Linie, einmal quasi fährt man nach rechts, dann ein bisschen nach oben und dann ist man ganz oben angekommen und rundet das Ganze wieder ab und man sieht dann, dass ich lange Zeit geringe Steigerungen habe, so, ich hab so das erste Prozent des Marktes, das zweite, das dritte, fünf Prozent des Marktes sind EV und dann ab zehn geht's meistens los und dann wird's auf einmal ziemlich schnell und dann dauert, und alle meinen irgendwie, ja, das dauert jetzt noch viel länger und dann, je nachdem, wie steil diese S-Kurve ist, es gibt da unterschiedliche, äh, Steigungen, das muss man auch sagen, je nach Technologie, also, ich glaub, Fernsehen und Radio haben zum Beispiel viel länger oder eins von beiden hat viel länger gebraucht, das ist das andere, aber Kühlgeräte zum Beispiel, auch eine Technologie, einfach Kühlschränke, die wurden dann sehr schnell, ähm, adaptiert oder angewendet und das hängt immer von der Technologie ab und von den, von den Marktbedingungen, wie steil diese Kurve am Ende des Tages ist, langrede kurzer Sinn ist, aber ich sehe erstmal lange nur so ein bisschen vor sich hin dümpeln und auf einmal macht's, macht's, legt quasi der Schalter um, dann habe ich diese kritische Schwelle überschritten und ich habe auf einmal den Fall, dass, dass dann die anderen Menschen anfangen zu sehen, hey, der macht das doch und der ist cool und das muss ich jetzt auch und dann sehen immer mehr Leute, ach, die da, die haben es jetzt auch gemacht, wenn der das macht, dann mache ich das auch und dann schwappt es so durch, das ist so, ich brauche so einen Anstoß und dann geht die Lawine los. So eine kritische, äh, kritische Masse und dann geht's los, genau. Und ich hatte ja gerade eben auch von dieser Erwartungsgerade gesprochen und dieser Schnittpunkt zwischen dieser Erwartungsgerade und, äh, der S-Kurve, beziehungsweise am Anfang Exponentienkurve, aber ich nenne es jetzt mal S-Kurve, äh, dieser Schnittpunkt, das ist der Holy Cow-Moment und zwar auf der linken Seite, also bevor die, äh, die Kurve, die gerade schneidet, da wird meistens die Entwicklung überschätzt, also die Durchdringung wird überschätzt, da geht man noch davon aus, ja, wir haben jetzt irgendwie 5% EVs im Markt, dabei sind es irgendwie 1% oder so und ab diesem Schnittpunkt haben wir ganz, ganz schnell eine Entwicklung, dass wir es sehr massiv unterschätzen und meiner Meinung nach sind wir da gerade, was die Elektromobilität angeht, äh, ganz viele sagen, unter anderem auch meine Mutter, äh, Grüße gehen raus, äh, die sagt so, ja, Elektroautos sind ja noch neu und, ah, mal gucken, ob das alles so funktioniert, ob die Technologie funktioniert, wie das denn so ist, man weiß ja nicht in ein paar Jahren, ob es da noch Ersatzteile gibt und so weiter und so fort, ja. Ähm, dabei haben wir aber schon so viele Autos im Markt, dass man eigentlich sagen kann, naja, mittlerweile ist das einfach eine etablierte Technik, ja, und, ähm, dadurch kann es dann halt auch dazu führen, dass eben Kapazitäten nicht rechtzeitig hochgefahren werden und wie du auch gesagt hast, Justin, natürlich erinnern sich da viele Investoren noch dran, ähm, viele wurden damals auch konsolidiert, also aufgekauft und, ähm, ja, es dauert ja auch immer ein paar Jahre, bis man so eine Produktion hochfährt und, ähm, aktuell wird daran gearbeitet, die hochzufahren, aber mal gucken, ob das eben reicht, ja. Der Engpass bei Lithium ist ja schon da zum Teil und, ähm, man könnte jetzt auch erwarten, dass es so weitergeht, ja, also die Preisentwicklung in den letzten Monaten, wenn man sich die anschaut, ähm, dann ist das schon relativ krass und da muss man jetzt auch mal gucken, wie wird das denn jetzt in den nächsten Jahren weitergehen, aber dazu kommen auch... Also der Hintergrund da, man würde jetzt sagen, Angebot und Nachfrage sollten sich ja irgendwie die Waage halten, auch da kann ich Geschichten aus der Industrie erzählen, die einfach überhaupt keinen Sinn ergeben von dieser wirtschaftsökonomischen Theorie, wo ich verschiedene Angebote von verschiedenen Lieferanten habe, die einfach, in einem Fall waren es fast 30-fach auseinander liegen, wo man sich dann denkt, was ist da los, ähm, aber in diesem konkreten Fall ist es so, dass ja das Kernproblem ist, dass es einfach Zeit braucht, bis überhaupt Angebot geschaffen werden kann und in dieser Zwischenzeit quasi, ich weiß, ich habe quasi mehr Nachfrage, als ich Angebot habe und ich würde gerne mehr produzieren können, aber ganz klassisch gesprochen, äh, Autohersteller will jetzt 100.000 Autos mehr bauen, dann kann er nicht einfach ab morgen 100.000 Autos mehr produzieren, der muss erst eine Fabrik bauen und dann kann er die Autos mehr produzieren, wenn aber jetzt quasi wir einen Schritt zurückgehen und sagen, wir haben jetzt schon eine Autofabrik stehen und die würden jetzt gerne produzieren, aber der Lieferant wusste das nicht oder hat nicht geglaubt, dass das passiert, dann sagt der Autohersteller, ja, ich würde jetzt gerne 100.000 Autos bauen, dann sagt der Lieferant, ja, aber ich kann ja keine 100.000 Teile liefern und dann fangen auf einmal die Autohersteller an, äh, sich quasi einen Bieterwettbewerb, einen Preis zu machen, wer jetzt die begrenzte Kapazität dieses Lieferanten komplett ausschöpfen darf und welche anderen dann dumm dastehen und das ist das, was wir jetzt zunehmend im Lithium-Markt sehen, dass, äh, dieser, dieser Gap da ist, weil es halt mehrere Jahre in der Regel braucht, bis, bis so eine Lithium-Förderstätte mal im Betrieb ist. Also, da kann man ja mal eine Zahl in den Raum werfen, äh, zwischen 7 und 15 Jahren dauert das, ja, eher länger, also 7 Jahre ist schon extrem schnell, ähm, aber, ja, das ist mal eine Ansage. Ich bin da auch gespannt, wie das dann tatsächlich ist, ob wir dann irgendwie das in 3 Jahren hinbekommen oder 4, aber selbst, wenn wir jetzt sagen, wir brauchen 3 oder 4 Jahre, wenn jetzt erst erkannt wird, okay, der Lithium-Gap ist da, dann ist es immer noch 3 oder 4 Jahre jetzt, von jetzt an, was immer noch, finde ich, eine ziemlich lange Zeit ist, aber das mag daran liegen, weil ich noch jung bin. Äh, gut, man muss auch sehen, dass einige dieser, ähm, äh, Minengesellschaften natürlich auch vor ein paar Jahren schon angefangen haben, sich da Gedanken zu machen oder eben vor 10 Jahren damals Gedanken gemacht haben, also da gibt's auch schon Pläne, das ist jetzt alles nicht komplett, äh, verloren. Man muss halt da auch sehen, es ist ja nicht nur der Bergbau, ja, also nicht nur der Abbau von irgendwelchen Vorkommen, sondern es ist ja auch die Veredelung davon, also die Raffinerie-Kapazitäten und Co. Und da sehen wir ja in China jetzt gerade mit den Energieengpässen, da kommen wir aber später auch nochmal drauf zurück, hoffentlich zumindest, ähm, da sehen wir heute ja auch schon, ähm, einige Probleme in der Lieferkette. Dann springen wir doch jetzt hier mal ins Vorkommen. Ja, sehr gerne, ähm, von den Vorkommen, von der Vorkommenseite her, äh, schaut so aus, dass wir 0,006% Lithium in der Erdkruste haben, das hört sich jetzt erstmal relativ wenig an, aber man muss dazu sehen, ähm, Lithium ist seltener als Zink, kommt aber immer noch häufiger als Kobalt, Zinn oder Blei vor. Und das fand ich, äh, insbesondere interessant, denn man nimmt ja an, dass große Teile der Erde eigentlich aus Blei bestehen, da muss man aber sehen, in der Erdkruste, ja, nicht im gesamten Erdball, sondern nur in der Erdkruste ist das der Fall. Ähm, primäre Lager... Warum ist das relevant? Äh, einfach, weil wir schlecht, ähm, aus Magma sinnvoll technisch etwas abbauen können, also wenn wir quasi nicht die, also wir können nur die Erdkruste wirklich bearbeiten. Ja, richtig, also aktuell und, ähm, selbst in der Erdkruste sind wir ja nur in den obersten Bereichen, also von daher, äh, brauchen wir da gar nicht so groß drauf eingehen. Ähm, was hier aber relevant und interessant ist, du hast es gerade eben gesagt, im Magma kommt Lithium auch vor. Und zwar, äh, haben wir hier eine Aufkonzentration von Lithium durch verschiedene magmatische Prozesse und haben dann Primärlagerstätten, also Vorkommen von Lithium-Pegmatiten. Das sind zum Beispiel Minerale wie Amblygonit, äh, Lepidolit oder das eben schon genannte Spudumen und so weiter und so fort. Spudumin. Spudumin, genau. Und, äh, ja, diese Minerale haben eine relativ geringe Lithium, äh, einen relativ geringen Lithiumgehalt von so um die neun Prozent, wobei man da auch sagen muss, neun Prozent ist schon eher das, äh, obere Ende, sag ich mal, ja. Ähm, wenn man daraus Lithium gewinnen möchte, dann hat man hier einen relativ hohen Aufwand. Ähm, deswegen wird heute fast nur noch aus dem Spudumen, äh, Lithium gewonnen. Der Abbau ist zum Beispiel in Australien, Kanada, Russland oder den USA. Und, ähm, ja, die anderen Minerale werden hier gar nicht mehr genutzt. Und wie ich gerade eben schon gesagt habe, wir haben eine Anreicherung eben hier im Magma und, ähm, wenn wir hier diese Gesteine haben, das sind meistens granitartige Gesteine, ähm, wenn wir diese Gesteine haben, dann können wir die direkt abbauen. Wenn wir das nicht tun und die einfach in der Erde, äh, bestehen bleiben und durch Vulkanausbrüche und sowas an die Oberfläche gebracht werden, dann gibt es ja auch Verwitterung und Auswaschung. Und, ähm, diese Verwitterung und Auswaschung sorgen dann oft dafür, dass sich das Lithium weiter anreichert, zum Beispiel in Form von Salzseen oder aber in, äh, lithiumsalzhaltigen Grundgewässern oder auch teilweise in Ölquellen, die dann Lithium enthalten, ähm, oder auch das Meerwasser, das Lithium enthält, ähm, mit einem geringen Anteil oder eben auch in Tonen. Also Tonen im Sinne von, äh, Ton, den man aus dem, ähm, Bastelunterricht kennt. Das sind dann teilweise sogenannte Sekundärlagerstätten, also zum Beispiel das Vorkommen von Lithium in Salzlaugen und Salzseen und aus diesen Salzseen wird dann die Salzlake, ähm, genutzt. Zum Beispiel wird diese Salzlage aus den, äh, Seen oder Teilchen nach oben gepumpt und, ähm, wird dann hier durch Verdunsten weiter aufkonzentriert und hier kann dann eben Lithium draus gewonnen werden. Das passiert zum Beispiel in Chile, Argentinien, China, teilweise auch den USA oder aber auch Bolivien. Jetzt habe ich hier auch mal eine Grafik mitgebracht, das bringt euch, äh, liebe Zuhörer, Zuhörenden natürlich, äh, wenig, aber, ähm, ich kann ja ein bisschen mal drauf eingehen und zwar gibt es immer wieder unterschiedliche Angaben darüber, wie viel Lithium gibt es denn in den verschiedenen Ländern. Ich hatte das in der Episode zu Afghanistan ja auch schon mal gesagt, dass es hier auch wohl große Lithiumvorkommen geben könnte. Ähm, ich glaube, Justin, du wolltest gerade noch was sagen. Ja, seine Kamera geht gerade nicht. Äh, ja, das liegt daran, dass mein Handy ausgegangen ist. Weil mein Lithiumakku leer ist, um am Thema zu bleiben. Das solltest du drin lassen, okay. So, back to the topic, ähm, ja, wie ich das vorhin schon gesagt hatte, auch in Bolivien gibt es hier Lithiumvorkommen, äh, die USGS, äh, schätzt 2017 das Vorkommen, ja, auf die 9 Millionen Tonnen Lithiumhaltigen, ähm, ja, in dem Fall dann, äh, Salzlauge, Salzwasser, Salzlauge. Und damit wäre Bolivien einer der größten, äh, Lagerstätten oder größten Vorkommen für abbauwürdiges, äh, Lithium. Wie schon gesagt... Konkret, hier geht's um quasi wie viel Tonnen Salzlauge ist vorhanden, nicht wie viel Tonnen an Produkt, was ich dann an aufgereinigtem Lithium hätte. Also aus den 9 Millionen werden dann weniger, die ich tatsächlich an Lithiumtonnen habe. Nee, nee, hier geht's wirklich um die Tonnen an Lithium. Die quasi in dann, keine Ahnung, 150 Millionen Tonnen, äh, Wasser und Salzlauge enthalten sind. Genau. Okay, ja. Und, ähm, deswegen sieht man hier auch, also auf der Grafik sieht man jetzt zum Beispiel Bolivien, Chile, USA und sowas relativ weit links, relativ viel an äh, prinzipiellen Lithiumvorkommen. Australien ist hier recht weit auf der rechten Seite mit 0,13 Millionen Tonnen. Trotzdem ist Australien aktuell einer der größten Produzenten von, äh, Lithium. Ja, ähm, aus eben verschiedenen Abbaugebieten dort. Und, ähm, was hier zum Beispiel fehlt, ist Afghanistan. Insgesamt ist die Datenlage super undurchsichtig, denn in manchen Jahren kommen neue, ähm, Lagerstätten dazu, in anderen fallen wieder welche weg. Also das ist, ich hab das mal zusammengefasst, zumindest die Daten der USGS, hab das mal in so einem Tableau, äh, Grafik hier zusammengefasst. Justin, wenn du die auch aufmachst, dann kannst du auch mal reingucken. Und ich hab hier auch mal eine, äh, Übersicht gemacht, ähm, welche, äh, Country, also welche Länder denn Lithium abbauen. Und da sieht man, dass 1994 hier noch, äh, relativ viele dabei sind. Also auch Portugal, Namibia, äh, Russland, ähm, Chile, ähm, China, Kanada, Brasilien, Australien, Argentinien, Zimbabwe und, äh, Amerika selbst. Und wir sehen hier, dass dann die Anzahl dieser Länder zurückgeht bis 2003. Dann gibt's irgendwie nochmal, äh, Abbau in Russland und dann geht's wieder runter und dann wieder hoch. Also insgesamt sieht man hier, dass eben, ähm, der Abbau in manchen Ländern eingestellt wurde, beziehungsweise ich bin mir relativ sicher, dass der Abbau weiterging, aber dass einfach die Datenlage sich verändert hat und dass hier einfach die USGS diese Daten nicht mehr mit aufgenommen hat oder die eben zusammengefasst hat unter andere Länder oder Abbau in anderen Ländern. Und, ähm, das finde ich ein bisschen schade, weil je nachdem, welche Quelle man anschaut, findet man hier komplett unterschiedliche Daten über die Reserven, über den Abbau und die Ressourcen. Und hat hier manche, ähm, ja, Ressourcen gar nicht mit drin. Also zum Beispiel das Vorhandensein von Lithium im Meerwasser wird hier gar nicht berücksichtigt. Oder auch zum Beispiel Deutschland ist hier in keiner Form berücksichtigt, denn auch in Deutschland gibt's sehr große Lagerstätten an Lithium, was vielen gar nicht bewusst ist. Denn, ähm, wobei, da kommen wir später noch drauf zu drücken, da könnt ihr euch drauf freuen. Ähm, in ein paar Momenten. Aber ich fand das doch irgendwie interessant, wie sich hier der Abbau, äh, verändert hat über die Jahre. Hier sieht man auch ganz klar, dass sich 2018 der Abbau sehr, äh, nach oben gegangen ist. 2019 dann wieder ein bisschen runtergegangen ist und jetzt dann eben in den letzten zwei Jahren, äh, wieder nach oben gegangen ist. Hier sind die Daten von der USGS aber noch nicht da dafür. Deswegen auch. Das heißt, die sieht man auch noch nicht in dem Tableau. Die sieht man in dem Tableau noch nicht. Die werde ich dann aber ergänzen, sobald die da sind. Aber, äh, die USGS reportet das immer mit ein bisschen Verzögerung. Die, die, die Quintessenz aus der Geschichte ist vor allem bei Ressourcen und Rohstoffdaten höllisch aufpassen, von wem sie kommen und was denn eigentlich dahinter stecken könnte. Also ich glaube, in gewisser Weise ist diese ganze, das ganze Feld der Ressourcen, Begutachtung und Analyse, ein Feld par excellence, wo man eigentlich als erste Frage sich stellen sollte, wie gut sind meine Daten und was sind denn eigentlich Datenerhebungsartefakte und was sind echte, reale Effekte, die ich dort in meinen Daten überhaupt sehe. Korrekt. Wie du gesagt hast, wenn halt einfach irgendwie das Mining weitergeht, aber sich die Daten verschlechtern und dann die Kurve runtergeht, heißt das nicht, dass die Produktion gesunken ist, sondern nur, dass halt meine Daten schlechter geworden sind. Ja, voll und ganz und man kann das ein bisschen umgehen, indem man verschiedene Datenquellen ranzieht. Hier muss man aber auch sehen, dass einfach diese Daten sind in den meisten Fällen Hochrechnung, teilweise auch Schätzungen, also das ist eh alles recht ungenau in den meisten Fällen und insbesondere bei Lithium hatte man lange Zeit keinen Weltmarkt dafür, also das wurde alles über Forward-Kontrakte gehandelt, also nicht an der Börse oder sowas und warum gibt's Börsen? Börsen haben ja einen Sinn und was sie sehr, sehr gut können, ist Transparenz herstellen über den aktuellen Preis und über das Handelsvolumen und wenn's das halt nicht gibt, dann ist es irgendwie auch schwierig, hier sich diese Informationen auf irgendwelchen Webseiten zusammen zu schripseln und zusammenzubasteln und ja, die USGS ist hier relativ gut, die Deutsche DERA und BGR sind da auch relativ gut drin, aber man sieht da halt einfach immer wieder Unterschiede und deswegen alles, was ich hier auch an Zahlen mitbringe, immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, ich versuche das aber auch immer eigentlich in den Episoden darauf hinzuweisen, wo es denn da eventuell Probleme gibt. Unter anderem gibt's ja auch das Thema bei den Reserven, weil das ja oft genannt wird, so die Reserven reichen ja gar nicht aus, um diesen massiven Anstieg abzufedern, was wir jetzt haben, diesen Anstieg an Verbrauch, ja. Es gibt also Zahlen von Verwirzigfachungen der Produktion, um überhaupt in irgendeiner Form so ein 1,5 Grad Szenario, was Treibhausgase angeht, einhalten zu können. Also da geht's darum, dass wir massiv mehr Lithium fördern müssen, um Batteriekapazitäten zu haben, um zum Beispiel EVs zu bauen, um Netze zu stabilisieren, wenn man weggehen will, von Kohleverstromung und Gas und Co. hin zu irgendwie eher volatilem Wind und PV-Strom, ja. Und da gibt's so ein paar Hochrechnungen, ein paar Szenario, die da mal geschätzt haben, ja, wir hätten eine Verwirzigfachung der Produktion, bräuchten wir, um das alles aufzufangen. Und das geht ja gar nicht, wenn wir uns die Reserven dazu angucken. Und da muss man halt auch überlegen, naja, die Reserven, was heißt das denn? Eine Reserve ist dann eine Reserve, wenn sie technisch und ökonomisch abbaubar ist, ja. Und wenn jetzt der Preis steigt, dann verändert sich natürlich auch mal eine Reserve, weil auf einmal einfach auch Vorkommen wirtschaftlich abbaubar sind, die es vorher nicht waren. Außerdem, wenn der Preis steigt, habe ich ja mehr Exploration, das heißt, ich habe mehr Erkundungen, ich habe einfach auch wieder mehr Reserven und mehr Vorkommen, die entdeckt werden und dann auch vielleicht abgebaut werden, ja. Und all das sind halt Faktoren, die man damit reinsehen muss, weswegen man nicht sagen, oder man kann immer nur eine Momentaufnahme machen und sagen, okay, zum aktuellen Zeitpunkt wäre es nicht möglich. Aber hier müsste man sich eigentlich sowas wie die Elastizität anschauen. Da gibt es auch ein paar Studien, die in die Richtung gehen. Falls irgendjemand an einem Lehrstuhl arbeitet, die einen Doktoranden suchen, der sowas macht, dann meldet euch mal bei mir, weil das fände ich ein super spannendes Feld. Da würde ich mir dann sogar auch überlegen, eine Doktorarbeit darin zu schreiben. Aber insgesamt ist da halt einfach nur nichts da, wo man sagt, es gibt die Wahrheit, sondern das verteilt sich einfach sehr, sehr stark. So, jetzt bin ich aber ein bisschen abgetrifftet in diese Datenthematik. Kommen wir mal wieder zurück zu den Vorkommen. Und zwar sehen wir hier in dieser Grafik, dass Bolivien, Chile, USA und Argentinien und dann China auf den Top 5 Plätzen sind. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, wo liegen die denn auf dem Globus, dann sind Bolivien, Argentinien und Chile relativ nah zusammen. Ja, und deswegen wird dieses Dreiländereck oder diese Dreiländer werden auch als das Lithiumdreieck oder das goldene Dreieck bezeichnet. Und zwar hat man hier so ein paar Salzseen, die sehr bekannt sind weltweit. In Bolivien beispielsweise der Salar de Uyuni. Und dort ist eben sehr viel Lithium vorhanden, das abgebaut werden kann. Fun Fact, Salar de Uyuni, ich war selber dort. Ich habe das eben gesehen, wie die da versucht haben, eine Produktion aufzubauen. Ja, wie alt war ich denn da? Ich glaube, ich war 15 oder 16, ja. Also ein paar Jährchen her. Bis heute haben sie es nicht hingekriegt, das im nennenswerten Maßstab hochzufahren und hier eben einen wirtschaftlichen Abbau aufzubauen. Geschätztes Vorkommen auf dem Salar de Uyuni sind ungefähr 9 Millionen Tonnen an Lithium, das gefördert werden könnte. Der Salzsee liegt auf einer Höhe von 3.650 Metern, was ein Grund sein könnte, warum das so ein bisschen schwierig ist, dort oben eine große Industrie aufzubauen. Es gibt hier aber einen Plan der Regierung, beziehungsweise Pläne der Regierungen, Lithium dort abzubauen, um eben wirtschaftlichen Aufschwung dann auch dort hinzubringen. Denn aktuell in Salar de Uyuni, beziehungsweise Uyuni selbst, also der Stadt, die dazu gehört, dort leben die Menschen vor allen Dingen vom Tourismus. der okay ist, aber weswegen diese Stadt jetzt auch nicht besonders groß ist. Kann ich bestätigen. Ich war vor vier Jahren dort. Hast du da irgendwas gesehen, dass es große Lithiumförderanlagen gab? Nein, ich habe dort nichts davon gesehen. Ich bin dort als Touri durch die ganze Wüste und die Landschaft dort für vier Tage oder so. Und dann kam ich irgendwann in Neu-Juni an. Und ja, da gibt es, also es ist eine kleine Stadt in Südamerika, auf die sehr hoch liegt. Und da ist nicht viel, außer halt Restaurants für Touristen und den üblichen Bedarf, den Menschen halt zu haben. Genau. Aber das ist jetzt, ich habe da, also ich meine, da, wo wir lang gefahren sind, zumindest auf dem Salzsee selbst und so, haben wir, habe ich jetzt nirgendwo irgendwelche Förderstätten gesehen. Wir haben verlassene, äh, verlassene Minendörfer gesehen. Das haben wir gesehen, aber. Aber in den Bergen außenrum dann eher, ne? Ne, ne, da gibt es eins, was mitten in, quasi bei dem, bei dem Salz in der Nähe ist, wo was so ein verlassenes Bergarbeiter, äh, so ein verlassenes Bergarbeiterdorf ist. Okay, das kannte ich jetzt wiederum nicht. Ich kann dir da mal ein Bild schicken. Am Ende ist es das, was du da gesehen hast. Ne, 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 also das, das da, was ich damals gesehen habe, das war schon, äh, war schon ein bisschen, ähm, professioneller. Da haben die so Salzkegel aufgeschüttet und haben dort eben dadurch dann, äh, das Salz getrocknet, ähm, um dann eben daraus, äh, das Lithium gewinnen zu können, ja. Mittlerweile macht man das ja in Becken. Die haben das damals eben, äh, in so einer Kegeltaktik gemacht und haben da verschiedene, also es war ein Forschungsprojekt, glaube ich, eher. Und da haben sie damals, als ich dort war, eben vor Jahrzehnten oder vor Jahren mittlerweile, ähm, da versucht, wie kann man das Ganze denn möglichst, ähm, ja, so machen, dass man dort keine Umweltzerstörung macht oder dass es möglichst verträglich ist. Und wie kann man das auch so machen, dass dort möglichst die, ähm, Bolivianos selber das machen können, und man dafür nicht irgendwelche, äh, krassen Hightech-Unternehmen irgendwo aus dem Ausland braucht. So, was ist eigentlich der Antrieb? Also die Regierung will das dort machen und zwar wollen sie dadurch dann eben Arbeitsplätze dort schaffen, ähm, wollen dann eben auch dadurch Einnahmen haben, also eine Gewinnbeteiligung zum Beispiel und insgesamt erhoffen sie sich davon auch einfach eine Verbesserung der Infrastruktur. Kritiker sagen allerdings, naja, man hat dadurch Umweltzerstörung, also man baut dort Infrastruktur auf, man hat irgendwie Abfälle, die da anfallen in dieser, äh, sehr kargen Gegend, die dann irgendwie entsorgt werden müssen und in den meisten Fällen wird das dann halt nicht irgendwo sauber entsorgt, sondern halt einfach in der Umgebung abgegeladen. Man hat auch einen hohen Wasserverbrauch, ähm, und man zerstört hier eben andere Arbeitsplätze, zum Beispiel den Tourismus, weil ja viele dorthin fahren, um eben genau diese unberührte Landschaft anzuschauen und wenn man da dann irgendwelche Industrieanlagen hat, dann passt das nicht so ganz zusammen. Aber vielleicht haben sie jetzt einfach die Touri-Routen so gelegt, dass man das nicht mehr sieht, ist ja auch, äh, gut, ähm, und man muss dazu sehen, also dieser See ist sehr, sehr groß, da kann man sehr, sehr lange drüber fahren, ohne dass man irgendwas anderes sieht als Salz. Ja, aber gut, je nachdem, wie viel man abbaut, früher oder später, sieht man dann halt dann die Anlagen doch. Wer baut das dort ab? Es gibt eine eigene Gesellschaft, JLB, Yacimientos de Litio Bolivianos, die bolivianische Lithiumvorkommen abbauen soll, ist ein staatlicher Konzern, der 2017 gegründet wurde in La Paz. Wenn ich mich nicht täusche, gab es das vorher auch schon irgendwie was, zumindest ist mir dieses Logo auch schon aufgefallen, aber wurde 2017 wohl hier offiziell gegründet. Und, ähm, ja, es ist eigentlich seit sehr langer Zeit bekannt, dass eine Förderung in Bolivien sinnvoll wäre, weil die einfach supergroße Lithiumreserven haben. Es gab hier aber immer wieder Probleme, wie gesagt, ich war damals dort, ähm, seitdem hat sich nicht viel getan. Die hatten damals auch überlegt, ja, wir bauen da eine Universität hin und bilden die Experten, die wir brauchen, selber aus. Das ist nie passiert. Ich wollte eigentlich mal ein Auslandssemester machen, aber dann gab es halt die Universität nicht, deswegen war das ein bisschen schwierig. Und, ähm, ja, es ist so ein bisschen langsam, ja. Insbesondere, weil halt das Projekt vor allem nämlich bolivianische Arbeiter vorangetrieben werden sollte, das aber nicht passiert ist. Und hier auch bolivianische Gesellschaften das machen sollte, das ist aber auch nicht passiert. Und Evo Morales, der damalige Präsident, hat halt gesagt, okay, wir geben hier für 800 Millionen Dollar aus. Aber, ähm, ja, das ist dann sehr schleppend vorangegangen, weil es sich in Bolivien ein bisschen auskennt. Man hat da so ein Problem mit Korruption. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das alles die Gelder in Korruption, ähm, irgendwo flossen sind, aber da gab es wohl immer wieder Probleme auch in die Richtung. Und was es jetzt auch gab, ähm, ist, dass Evo Morales selber gar nicht so ein großer Freund von Amerikanern und Europäern war. Und, äh, deswegen auch viele Projekte, die davor angelaufen sind, dann eingestellt wurden. Es gab dann 2016 eine neue Partnerschaft mit einem chinesischen Konzert, CAMC. Die sollten, ähm, Kaliumchlorid auf, oder haben Kaliumchlorid abgebaut auf dem Saladio Uni. Und die Chinesen wollten das auch erweitern, um eben hier, ähm, Lithium abzubauen. Und, ähm, ja, 2018 gab es dann das erste Konsortium von der JLB mit einem deutschen Unternehmen, also einem deutschen Konsortium. Ähm, das war die ACI Systems. Das ist ein Tochterunternehmen der ACI Group, die ich nicht kenne. Und Kutek AG, äh, Salt Technologies. Äh, kann ich mal einen Link reinpacken. Und die hatten damals eigentlich einen relativ fairen Deal aus meiner Sicht, ähm, wie sie dort eben den Abbau gestalten wollten. Ähm, gab hier auch verschiedene weitere Partnerschaften der JLB und intensive Gespräche mit anderen Konsortien aus anderen Ländern. Und, ähm, ja, im Endeffekt am 20. April wurde dann entschieden, dass eben mit diesem deutschen Konsortium weitergegangen werden sollte. Ähm, dafür wurde dann ein Joint Venture gegründet. Und, äh, die wollten hier eine Kommerzialisierung in dieser Reserven angehen. Ähm, die JLB hätte 51% der Anteile gehabt. Also er hätte immer noch die Entscheidungshoheit gehabt. Und, ähm, 1,2 Milliarden Investment sollten da passieren. Drei Fabriken gebaut werden. Und, äh, hier sollten eben Lithiumhydroxidanlagen am Saladio Juni selbst aufgebaut werden, um eben diese Lithiumreserven dort, ähm, zu verwerten. Und, ähm, beide Seiten waren da auch sehr zufrieden damit. Deutschland oder die deutsche Seite war halt auch da, ähm, total interessiert daran, weil halt für die deutsche Wirtschaft, insbesondere die Automobilwirtschaft, das Lithium eigentlich super relevant wäre. Ähm, ja, äh, es gab hier auch ein paar Wirtschaftsminister, die ja gesagt haben, ja, super, super sozial und umweltverträglich. Und ich glaube, dass denen auch alles, ja. Jetzt ist es aber leider so, dass, äh, 2019 es da so ein bisschen Unruhen in Bolivien gab und dann Evo Morales halt nicht mehr Präsident wurde. Und dementsprechend dann halt auch alles, was der gemacht hat, schlecht war. Weil, wissen wir ja alle, ne, was der alte Präsident gemacht hat, alles Alte ist schlecht, alles Neue ist gut. Und dementsprechend, ähm, wurde dieses, äh, Gemeinschaftsunternehmen aufgelöst. Interessanterweise sogar von Präsident Evo Morales selber per Dekret als eine seiner letzten Amtshandlungen. Ich hab, ehrlich gesagt, keine Ahnung, warum er das gemacht hat. Ich weiß nur, dass die Übergangsregierung danach, ähm, selber auch dann angefangen hat, da Leute auszutauschen, weil halt natürlich Evo Morales, äh, unterstellt wurde und er das garantiert auch gemacht hat, dass er überall seine, äh, Leute gesetzt hatte in den entsprechenden Positionen. Und, ähm, insgesamt gab's da halt mega die Verwirrungen, die bis heute anhalten. Und da kann man einfach nicht investieren und arbeiten in dem Umfeld, wenn es einfach solche politischen Unruhen gibt, ähm, wo man keine Sicherheit hat, ja. Es ist jetzt auch so, dass, ähm, hier die deutsche Beteiligung halt darüber sehr verärgert war. Und, ähm, ja, einfach halt da auch gesagt hat, na ja, wir müssen jetzt erst mal gucken, wie das weitergeht. Und, ähm, das natürlich halt, die haben ja auch Geld da rein investiert und sagt Bolivien von ihrer Seite so, ja, nee, ist nicht mehr, ist natürlich auch blöd, ja. Und, ähm, mittlerweile gibt's da wieder auch Gespräche, aber entschieden wurde dort weiterhin nichts. Und, äh, deswegen ist Bolivien da auf der Lithium-Hersteller-Landkarte einfach immer noch kein Player. Im Gegensatz zu Argentinien und Chile, in Argentinien, in Puna, das ist eben auch so, Hochebene zwischen der Atacama-Wüste und den Bergen, ähm, da gibt's, das ist eh geologisch sehr aktiv, da gibt's Vulkanismus und sowas, da gibt's eben auch diese Salzseen. Der bekannteste davon ist der Salar del Hombre Muerto, was ich persönlich einen ziemlich geilen Namen finde für so ein Salzsee. Ähm, und, äh, Da solltest du halt einmal übersetzen. Ja, äh, Salar del Hombre Muerto heißt, äh, der Salar des toten Mannes. Ähm, Salar ist der See. Ja, ich dachte, Salzsee heißt das sogar, weiß ich jetzt nicht. Oder Salzsee, der Salzsee des toten Mannes. Ja, so müsste man das übersetzen, ja. Ja, denk schon. Und, ähm, ja, der ist eh insgesamt bekannt, weil halt einfach auch viele Leute, die, ähm, Touristen sind, die sich den anschauen, weil der wohl auch ganz, äh, gut aussehen soll oder cool sein soll, um sich den anzuschauen. Natürlich nicht so groß wie der Salar del Uni. Aber immerhin soll man hier 6200 Tonnen Lithium rausholen können. Äh, 70% des argentinischen Lithium werden dort auch abgebaut. Und, ähm, ja, um das mal so euch eine Größenordnung zu geben, äh, 6200 Tonnen Lithium reicht ungefähr für eine halbe Million Elektroautos. Ja, so Pi mal Daumen. Ähm, die Förderung in Argentinien soll in den nächsten Jahren auch gesteigert werden auf insgesamt 100.000 Tonnen, ähm, was dort abgebaut werden kann. Ich glaube, pro Jahr war das. Und, ähm, ja, Argentinien hat hier nicht nur diesen einen Salar, sondern eben auch andere Salare, die sie ab, äh, für den Abbau ranziehen könnten. Problem auch hier, man braucht halt große Wassermengen. Also einmal muss man ja, dass, äh, diese, äh, lithiumhaltige, äh, wie heißt das nicht, Lauge? Sohle. Sohle, genau, lithiumhaltige Sohle hochpumpen. Und in den meisten Fällen macht man es dann so, man hebt ein großes Becken aus, pumpt dann durch diese Sohle rein und lässt die dann einfach über Monate hinweg verdampfen. Ja, oder verdunsten. Verdunsten, ja. Ähm, das geht dort relativ gut, weil man hat die Höhensonne, insgesamt ist es sehr trocken, äh, funktioniert relativ gut, ja. Äh, dadurch konzentriert sich dann das Salz immer weiter auf. Irgendwann ist es dann so richtig so eine, ja, ich hab's vorhin gesagt, so eine Schlonze, so einfach so eine sehr feste Flüssigkeit, die der man dann wieder abpumpt und dann eben weiterverwenden kann, ja. Ja, aber das Problem ist halt, dass in dem Prozess die, das Wasser aus dem Ökosystem in die Atmosphäre abgegeben wird. Das heißt, das ist dann weg, wenn man quasi bis zum Verdunstungsprozess geht. Und dabei, also dort gibt's sowieso schon wenig Wasser. Und, äh, da jetzt dann an der Stelle, dass, dass dort vorhandene Wasser hochzupumpen in dieser Salzform und dann auch noch dort zu entnehmen, kann halt zu allen möglichen Problemen führen. Da gibt's inzwischen auch andere Produktionsmethoden, die zumindest vorgeben oder zumindest behaupten, dass sie ohne Wasserentnahme funktionieren. Ähm, aber bisher üblich, soweit ich weiß, sind eben diese Verdunstungssysteme. Und allein da merkt man auch nochmal, dass eben Produktion von Lithium nicht von einem auf den nächsten Tag erhöht werden kann, weil ich, wenn ich erst Monate warten muss, bis meine Lithium-Sohle mal so weggedunstet und konzentriert ist, dass ich sie verwenden kann, dann kann ich schlecht auf den Markt von morgen reagieren. Ja, also von der Zeit her sind es ungefähr 14 Monate, was das dauert, bis das so eingedampft ist, dass es eben, ähm, ja, abbaubar ist oder weiterverwendbar ist. Ja, je nachdem, wie stark die Konzentration halt vorher schon ist, ist das vielleicht mal ein bisschen schneller oder ein bisschen länger, aber 14 Monate ist so das, was man sich da merken kann. Das ist schon eine lange Zeit auf jeden Fall, ja. Ähm, ja, aber auf diese Umweltauswicklung kommen wir später auch nochmal, da hab ich ein extra Kapitel dazu vorgesehen. Äh, das war jetzt erstmal nur Argentinien, ja? Ja, nee, nee, alles gut, ist ja voll in Ordnung. Ähm, das war jetzt erstmal nur Argentinien. Argentinien ist ungefähr für so um die 14, also 13,9, 14 Prozent der globalen Produktion, ähm, verantwortlich, beziehungsweise soll bis 2031 ungefähr so viel das globalen Produktionsanteil ausmachen. Chile selbst war lange Zeit der größte Produzent von, äh, Lithium. Steht zum Beispiel in der Wikipedia immer noch so drin, aber nicht mehr lange. Ähm, mittlerweile ist es Australien, ja. 2021 hat Australien hier einfach Chile überholt, weil die ihre Produktion massiv ausgebaut haben und hochgefahren haben und hier einfach viel mehr abbauen, ja. Äh, was ich jetzt natürlich oben vergessen habe zu erwähnen, ähm, wenn man sich mal anschaut, wie hoch sind denn so die Lithiumkonzentrationen in diesen, ähm, in diesen Sohlen, ja? Dann sieht man beim, äh, Saladio Ombre Muerto, ähm, also dem in Argentinien, da hat man eine Konzentration von 0,06, ähm, ja, 0,62 bis, äh, 0,65 Prozent Lithium, ähm, in einer Tonne, ja, ist eigentlich egal, ob es eine Tonne ist oder nicht, aber ungefähr 0,06, ähm, Prozent, ja. Ja, das ist relativ hoch, wenn man sich da anschaut, da gibt's noch das, äh, Regencon zum Beispiel, das ist dann 0,033, also ein bisschen niedriger. Wenn man sich jetzt den Saladio Juni anschaut, dann sind's 0,035, also deswegen ist der Saladio Ombre Muerto auch, äh, so blieb, weil halt da einfach die Konzentration insgesamt schon mal höher ist. Wenn man sich jetzt aber mal anguckt, es gibt ja auch, äh, solche Salads in der Atacama-Wüste, also in Chile selbst, ähm, dort haben wir dann eine Konzentration von teilweise 0,15 Prozent, also fast doppelt so hoch, ja, oder überdoppelt so hoch und dementsprechend lohnt sich dann der Abbau natürlich auch nochmal, äh, mehr, ja, ähm, weil man eben nicht so lange warten muss. Es gibt noch eine andere Lagerstätte, der Zabuye Lake in China, äh, wo man, ähm, mit 0,12 Prozent arbeiten könnte oder arbeitet, äh, hier muss man aber sagen, naja, da gibt's andere Probleme, warum dort der Abbau, ähm, ja, nur teilweise gemacht wird. Insgesamt, äh, äh, long story short, ähm, in Chile wird eben viel abgebaut, ähm, insbesondere in der Atacama-Wüste und ihr wisst das aus den anderen Episoden, die Atacama-Wüste ist einer der trockensten Orte der Welt oder sogar der trockenste Ort der Welt. Äh, dementsprechend ist das nicht so sinnvoll, dort eine Industrie anzusiedeln, die sehr wasserintensiv ist. Und zwar, Justin, du hast ja schon gesagt, man pumpt dort, ähm, die Sole hoch und lässt sie verdunsten. Und da kann man jetzt erst mal sagen, naja, die ist ja irgendwie abgeschlossen, also du hast da irgendwie ein großes Becken, also einen See mit Salzwasser drin. Das ist jetzt vielleicht erst mal auf den ersten Blick nicht relevant für die Umwelt. Ähm, jetzt muss man aber auch hier auch, ja, wobei, kommen wir später drauf zurück. Kommen wir später drauf zurück. Ähm, ja, und zwar, ähm, hat das dann verschiedene Auswirkungen eben auch auf die Tiere dort, ja. Ähm, wie schon gesagt, äh, gibt's große Kritik an dem Abbau, äh, in den drei Ländern. Unter anderem gab's ein tolles Terra-X-Video. Und zwar, wenn ihr Lithium oder Lithium-Abbau bei YouTube eingebt, dann werdet ihr das sofort finden. Und zwar, ähm, wurde hier von Terra-X insgesamt ein meiner Meinung nach auffällig polarisierendes Video gemacht. Ähm, auf mich hat's sehr aggressiv gewirkt. Äh, hier gab's zum Beispiel so Aussagen, wie, dass das Lithium für einen kompletten Umstieg auf E-Mobilität nicht reicht. Und, ähm, verschiedene andere Aussagen, wo ich einfach sag, das stimmt schlicht und einfach nicht. Und ich verstehe auch nicht, wie die hier die Rechnung gemacht haben oder auf welcher Datenbasis die das gerechnet haben. Ähm, ich hab das selber dann nochmal nachgerechnet und komm einfach nicht auf die Werte, die die hier angeben. Insbesondere nicht die Werte von 2021. Also wenn, dann haben die eine komplett veraltete Datenbasis genommen und dann wirklich mit den Worst-Case-Szenarien gerechnet. Und das hast du ja auch schon gesagt, Justin, dass es da immer wieder solche Studien gibt, die dann doch etwas schwierig waren, ja. Ähm, also konkret da, äh, kann man eben, also Auge Höchstra, ähm, schaue ich auch mal nach, was das, äh, wo, an welcher Uni der jetzt Professor ist, wenn ich ihn dauernd erwähne. Ähm, ähm, der hat zum Beispiel dann festgestellt, dass, äh, in der deutschen Presse dann gerne herumgeworfen ist, das, äh, Themenpapier, er ist an der TU Eindhoven, in den Niederlanden. Ähm, ähm, das dann festgestellt wurde, dass das, dass dieses, äh, Paper, äh, oder diese Studie dann, äh, von dem Institut für Kolbenmaschinen, auf, äh, allein Deutsch ist das das Institut, was sich um Verbrennungs- und Motoren und Zylindermaschinen kümmert, dann angefertigt wurde, um zu vergleichen, ob jetzt Kolbenmotoren oder Elektromotoren, äh, quasi sauberer sind. Ähm, äh, das ist gerade so, als würde ich, äh, eine Studie darüber anfertigen, äh, dass, äh, quasi direkter Vergleich, Hardcore-Lithium versus andere Technologien, ähm, da ist ein Konflikt of Interest da, würde ich sagen. Ähm, und dann kommt noch dazu, dass häufig, wie du sagst, extrem alte Datenbasen verwendet werden, äh, dass die Mengen teilweise nicht stimmen, dass wir auch Verbesserungen der Technologie haben, dass wir den Verbrauch reduzieren können, je nach Chemie, die auch gewählt ist, also ob man da, äh, je nachdem, den, den, also eine Lithium-Ionen-Batterie ist ja nicht nur pur das Lithium, was wir da mit irgendwelchen Random-Ionen zusammenpacken, sondern das sind verschiedene Lithium-Chemien, da kommen wir vielleicht auch noch dazu, im Akku. Aber da gibt es verschiedene Lithium-Eisenphosphat, Lithium-Nickel, äh, Mangan und Co., also NMC, NCA, LFP, Lithium-Iron-Phosphate, und Co. Und da muss man halt aufpassen, wer denn die Daten angefertigt hat und ob denn die, die Quelldaten halt nicht drei oder vier Jahre alt sind, weil in diesem Feld, in dem wir uns hier bewegen, macht es einen echten Unterschied, ob meine Datenbasis drei Jahre alt ist, ob sie fünf Jahre alt ist oder ob sie ein Jahr alt ist. Wenn ich in der Physik nach einem Messwert für ein Material schaue und der Messwert ist fünf Jahre alt, also die Gesetze der Natur ändern sich jetzt nicht alle fünf Jahre, nach meinem Wissen, das heißt, da kann man das machen, aber wenn ich bei solchen Themen schaue, dass ich da Studien anschaue, da muss man höllisch aufpassen, was denn die Quellen sind und sonst nachfragen, hey, was habt ihr da für eine Quelle, weil so ergibt es keinen Sinn, sonst klärt das doch mal auf. Und das ist halt häufig das Problem, dass bei diesen Beiträgen dann nicht unbedingt die Quellen angegeben werden. Ja, einmal das und dann halt auch, ja, wie ich das vorhin oder wie wir das vorhin auch schon gesagt haben, die Daten verändern sich halt auch konstant und man kann halt hier auch nicht mit den Reserven per se als fixe Größe rechnen, sondern das ist genauso wie der Verbrauch, der ist nicht in jedem gar gleich. Aber gut, schauen wir uns einfach mal kurz an, was die da gerechnet haben. Die haben angenommen, dass man 15 Kilogramm Lithium für ein E-Auto braucht. Nehmen wir das jetzt einfach mal so an. Ungefähr ein Gramm Lithium ist in einem Liter Sohle, haben sie hier angenommen. Das heißt, man braucht 15.000 Liter Sohle für ein Elektroauto. Ich habe jetzt einfach mal so hochgerechnet. Also es gibt hier so eine Webseite, die heißt LifeCounter. Ich habe da einfach mal gegoogelt, wie viele Autos gibt es denn weltweit. Bin ich auf 1,4 Milliarden Autos gekommen. Um mal konservativ zu sein, habe ich das jetzt einfach mal verdoppelt und drei Milliarden Autos angenommen. Also wir wollen ja hier auch nicht unterstellen, dass ich jetzt irgendwie das schön rechne. So, jetzt habe ich mal geschaut, wie viel Lithium bräuchte man dafür. Also ungefähr 64 Millionen Tonnen Lithium. Laut USGS haben wir weltweite Lithium-Reserven von 21 Millionen Tonnen. Ja, wenn man das jetzt alles so annimmt, dann könnte man sagen, ja, mit den aktuellen Reserven kriegt man das nicht hin. Voll und ganz richtig. Also ganz abgesehen davon, dass es eine bescheuerte Idee ist, jetzt drei Milliarden Autos mit Lithium auszurüsten und nicht die Chance zu nutzen, dass wir vielleicht die Menge an Autos wieder reduzieren auf dieser Welt, weil wir sonst eigentlich keine Chance haben, das 2-Grad-Ziel zu erreichen oder auch nur das 1,5-Grad-Ziel. Aber das ist eine andere Diskussion for the sake of the argument, lass uns drei Milliarden E-Autos bauen oder nicht bauen. Von heute auf morgen, ne? Genau. Und dann müssten wir immerhin noch 86 Millionen, also alle Ressourcen sind aber halt dann eingestuft als 86 Millionen. Und dann hätten wir also immer noch Luft und dann hätten wir wahrscheinlich auch noch weit genug Luft, um noch alle Handys, Laptops, Camcorder, GoPros und wie sie alle heißen, auch noch zu bauen. Wenn wir 86, also die Reserven sind 21 Millionen, die Ressourcen sind 86 Millionen Tonnen. Wenn wir 21 Millionen Tonnen Lithium abbauen, kann mir keiner verraten, dass wir dann nicht effizienter werden, dass wir nicht in der Exploration mega viel Geld ausgeben, dass wir dann nicht neue Lagerstätten erkunden und im Zweifelsfall das Meerwasser verwenden. Und im Recycling. Ja, oder halt auch das Recycling alleine, das ja jetzt angelaufen ist. Also da gibt es extremst viele Quellen, mit denen man diesen Bedarf decken kann. Und ja, mit dem aktuellen technischen und wirtschaftlich abbaubaren Reserven könnte man es nicht. Aber das kannst du wahrscheinlich bei Stahl auch nicht, wenn du da mal die Autos die anschaust. Aber okay. Also ich kann bei den Halbleitern sagen, mit den aktuell technischen Möglichkeiten kann ich genau die aktuell technischen Chips bauen. Aber die ganze Welt hat sich daran gewöhnt, dass alle zwei Jahre die Chips schneller werden. Das passiert immer auf Basis von neuen Technologien. Da ist es bloß normal. Ich weiß nicht, warum man hier nicht davon ausgeht, dass die Technologie besser würde. Ja, also wie gesagt, finde ich immer so ein bisschen schwierig, wenn da so polarisierende Nachrichten rausgehauen werden. Muss man auch mal sehen. Ja, du hast es vorhin erwähnt. Also es gibt hier ja auch so eine tolle, ein tolles Video von dem Harald Lesch, auf den ja immer viele hören. Der hat jetzt da auch wieder so ein bisschen seine Meinung zurückgenommen, wird aber trotzdem halt noch von CDF und Co. und allen möglichen zitiert. Ja, insgesamt seid da vorsichtig, wenn ihr irgendwelche Videos seht oder hört. Seid vorsichtig, wenn ihr irgendwelche Podcasts von irgendwelchen Leuten ohne Doktortitel hört. Schaut euch da die Sachen selber an und checkt die Quellen immer selber. Deswegen packen wir ja auch in guter Manier alle Quellen in die Shownotes. Wenn was fehlt, einfach melden. Genau, gerne. Ich helfe gerne weiter. Weil ich jetzt die ganze Zeit so auf Ressourcen, Reserven und Co. rumgeritten habe, schieben wir jetzt einfach mal ein Kapitel rein, und zwar Ressourcen, Reserven und Reichweiten. Und hier ist es genau das, wie ich das gesagt habe, es gibt verschiedene Meinungen. Und ja, beispielsweise die IEA, also die Internationale Energieagentur, hat hier verschiedene Aussagen getätigt. Und in meinem Arbeitsbereich, also Sustainable Finance, da arbeite ich ja, da gibt es so eine Zeitschrift, die heißt Responsible Investor. Und ich habe mir mal den Spaß gemacht, da einfach mal zu gucken, was gibt es denn hier so an Artikeln zum Thema Lithium. Und da gibt es zwei Artikel, die beide Male die IEA zitieren und beide komplett unterschiedliche Aussagen treffen über ist machbar oder ist nicht machbar. Und also dementsprechend, da widersprechen sich die Zeitschriften teilweise selber und beziehen sich teilweise dann auch auf die gleichen Quellen. Und also sehr schwierig, sich da eine Aussage zu gönnen. Also bei der IEA, das ist die Internationale Energieagentur. Das Problem bei der ist, dass die Reports, die sie gibt, dass die nicht öffentlich verfügbar sind. Das heißt, da musst du in der Regel Zugriffsgeld zahlen. Und von daher da ist, also die Daten, die sie haben, sind sicherlich gut, aber quasi, wenn ich forward looking oder nach vorne schaue und mir deren Projektionshistorie anschaue, da gibt es diesen netten Graph, den haben wir mal dazu getan, wie denn die Internationale Energieagentur, den Ausbau von Solarenergie, einfach mal, ich hoffe mal, das ist nur bei der Solarenergie so, aber das ist, so haben sie die projiziert. Und das ist quasi die historisch real passierte PV-Ausbau versus das, was sie dann geschätzt haben. Einfach mal anschauen. Also ich habe ja so eine Verschwörungsmythos, dass die doch etwas stark von den fossilen Lobbyorganisationen beeinflusst sind und dementsprechend da so ein bisschen, ja. Weiß ich nicht. Also ich würde bei der IEA auf jeden Fall sagen, dass sie wahrscheinlich die beste Datenbasis haben. Keine Frage. Weil sie haben wirklich von allen Ländern auf dieser Welt im Endeffekt Daten oder fast allen. Viel mehr als die Energie-Reports werden ja häufig von, also die Welt schaut da häufig auf den BP-Energie-Report, weil der quasi sehr global sehr viel abdeckt und sehr gut ist, aber natürlich nicht so viel kleinteilige Informationen hat wie die IEA, die quasi mit den entsprechenden Ministerien und Ländern auch zusammenarbeitet. Bloß dort sind halt die Informationen nicht frei zugänglich. Und die Quintessenz ist vielleicht, wenn es um erhobene Daten geht, sind sie wahrscheinlich sehr gut. Wenn es um deren Projektionen geht in die Zukunft, das, was ich von ihnen bisher gesehen habe, was hauptsächlich nur der Solarausbau, der Photovoltaikausbau ist, weiß ich nicht, ob das in anderen Bereichen auch so ist. Aber dann würde ich sagen, habe ich meine Zweifel, dass die Projektionen da viel Hand und Fuß haben. Weil du gerade BP erwähnt hast, BP hat auch 2013, glaube ich, war das, oder 2014, haben die, 2014, was habe ich gerade nochmal nachgeguckt, haben die einen Report an der Uni Augsburg finanziert oder kofinanziert, Materials Critical to the Energy Industry. Da war der Lead-Autor Volker Zepf, bei dem ich auch ein paar Seminare in der Uni hatte. Und die haben hier eine sehr, sehr gute Zusammenstellung gemacht, welche Elemente und welche Materialien werden denn für das Energiesystem oder die Energiesysteme der Zukunft genutzt werden. Und der hatte sich auch Lithium angeguckt, also 2014, und hat damals schon gesagt, Leute, gar kein Problem. Weiß gar nicht, warum alle immer so darauf rumreiten, dass Lithium hier nicht ausreicht. Aber Lithium ist nicht das Problem, das wir haben. Und dabei bleibe ich jetzt auch erstmal von der Aussage her. Denn wenn ich mir auch die Angaben der USGS angucke, und das habe ich ja gemacht, habt ihr ja auch in dem Tableau dann vielleicht gesehen. Hier ist es total interessant, weil die immer wieder neue Reserven mit reinnehmen oder neue Lagerstätten mit rein und wieder rausnehmen. Teilweise sind das nur Peanuts, also zum Beispiel irgendwie Kanada taucht mal auf und dann wieder nicht auf. Das sind dann irgendwie nur 180.000 Tonnen an Reserven. Aber trotzdem, ein Kleinvieh macht halt auch Mist und irgendwie vertraue ich dann der Datenbasis nicht, wenn da irgendwie Länder auftauchen und wieder verschwinden. Oder hier in Namibia und Russland, da gibt es keine Angabe zu den Reserven, aber die produzieren munter und fleißig. Oder Bolivien hat Reserven, aber keine Produktion. Gut, das haben wir ja schon geklärt. Aber das ist so alles so ein bisschen, ja, schwierig, sage ich mal. Oder hier Dominikanische, äh, Dominikanische Republik, Demokratische Republik Kongo hat irgendwie auch 320.000 Tonnen Reserven, die dann auftauchen und wieder nicht auftauchen. Ja, weil das ist ja, also wenn sie auftauchen und nicht auftauchen, das würde sich ja erklären mit dem aktuellen Preis. Da hast du natürlich recht, da bin ich gar nicht drauf gekommen. Dass ich quasi sage, wenn halt die Preise fluktuieren und ich habe bestimmte Kosten in der Mine und dann bestimmte angestrebte Profitmarge, dann fliegt natürlich irgendwann eine, eine, so ein Möhl ja genauso, irgend so ein Teersand in Kanada halt wieder raus, weil es lohnt sich halt nicht. Und dann fliegt er irgendwann wieder rein, weil es halt jetzt das Preisniveau wieder hoch genug. Hast du natürlich recht, das kann gut sein, ja. Interessant. Ja, genau deswegen müsste man sich da mal solche Elastizitäten angucken. Also für wen das nichts sagt, ich fasse es mal kurz zusammen. Elastizität ist im Grunde aus der, ist es aus der Spieltheorie? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall geht es darum, was passiert, wenn der Preis ansteigt, wie verändert sich das Angebot? Wie elastisch ist das zueinander oder inelastisch? Das ist meines Wissens Volkswirtschaft 101. Ja, oder Volkswirtschaft. Also Elastizitäten selber zu berechnen ist, ja, kann auch sein, keine Ahnung. Also die Idee, dass quasi der Preis ist, da Elastizität vorhanden. Naja, normalerweise gehst du ja davon aus, höherer Preis bedeutet, du schaffst mehr, also höhere Nachfrage, Preis geht nach oben, heißt auch früher oder später hast du ein höheres Angebot. Und wie das genau im Zusammenhang steht oder wie das sich genau verhält, da würdest du dann eine Elastizität berechnen. Aber das fände ich mal super interessant für verschiedene Rohstoffe, das mal durchzurechnen. Vielleicht hat es auch schon jemand gemacht, dann schick mir gerne die Quelle zu. Auf jeden Fall, insgesamt gibt es ganz viele Arbeiten zum Thema Lithium. Ich habe hier mal eine Diplomarbeit von Matthias Wendel aus 2009 mitgebracht, vom Fraunhofer Easy, und die haben hier verschiedene Szenarien mal durchgerechnet und auch eine kritische Stellungnahme gegeben. Er hat hier zwei Szenarien gerechnet, die beide so nicht wirklich gut ausschauen, was den Lithiumverbrauch, Lithiumreserven angeht. Er rechnet hier auch vor, dass es eine Erschöpfung geben könnte in dem zweiten Szenario der Lithiumreserven. Muss man auch mal dazu sagen, eine Erschöpfung von Reserven wird es niemals geben, weil eben im Zweifelsfall das letzte Kilogramm, das abgebaut wird, dermaßen teuer verkauft wird, dass es einfach dann irgendwo im Museum steht und nicht mehr verbraucht wird. Also dementsprechend wird es immer den Rohstoff geben in irgendeiner Form. Ja, gibt es auch bei Erschöpfung. Wie heißt es so schön, wenn wir zunehmend weniger Autos fahren, die auf Verbrenner basieren, wird es weniger Investitionen in den Erhalt der Öl- und Tanksteininfrastruktur geben, was dann die Preise und die Kosten für den Erhalt der Vorhandenen wahrscheinlich in die Höhe treiben wird, was dort, macht euch gefasst, auch allgemein schon, wenn ihr es noch nicht auf dem Schirm hattet, dann sehr schnell dazu findet, dass das Zeug noch teurer wird und dass es dann am Ende dort wieder landet, wo es mal angefangen hat, nämlich in der Apotheke. So hat es ja angefangen. Man konnte mit seinen Autos, als die neu waren, vor 100 Jahren, konnte man seinen Benzin in der Apotheke kaufen. Und da wird man das wahrscheinlich auch auf absehbare Zeit dann immer kaufen können, bloß halt zu entsprechend hohen Preisen. Ja, in der Apotheke weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall wird es halt teurer. Also das ist, ne, und deswegen gibt es halt immer da den Witz, ne, früher oder später, also Rohstoffe verbrauchen sich nicht, da gibt es kein Ende davon, sondern irgendwann ist es halt einfach sau teuer und dann verbraucht es halt keiner mehr, weil es sau teuer ist. Ja, auf jeden Fall, ich gehe jetzt gar nicht mehr in die Szenarien ein, das wollte ich eigentlich machen, aber ich glaube, das ist viel zu umfangreich, ja. Insgesamt ist der damals von der Datenbasis oder der Datenlage ausgegangen von 6,1 Millionen Tonnen Reserven. Seitdem hat sich das Ganze verdreifacht, die Ressourcen sogar versächsfacht, ja. Ist halt einfach schwierig, weil sich die Datenlage konstant verändert. Dann gibt es neue Entdeckungen in zum Beispiel Elite-Zimm-Lagerstätten in Afghanistan, die noch keiner mit reingerechnet hat, gefühlt. Wobei man auch sagen muss, das wird jetzt auch absehbarer Zeit da wahrscheinlich nicht abgebaut mit den Taliban, ja, muss man fairerweise auch sagen. Aber trotzdem ist es ja theoretisch abbaubar, ja, und müsste zumindest bei den Ressourcen reingezählt werden. Aber lassen wir das mal stehen. Wie gesagt, ab einem gewissen, ne, ja. Also schauen wir mal, ich hoffe es mal, dass es nicht vieler so weitergeht, aber sonst beware of the Lithium Wars. Ja. Die Ölkriege hatten wir schon. Ja, wobei man da, ja gut, okay, du hast mit einem Punkt recht, und zwar bei Lithium hast du halt eine große Konzentration auf einige Länder. Also du hast einen hohen HHI, Heffendell-Hirschmann-Index aktuell. Und du hast da halt eine Konzentration insbesondere in der Raffinerie, im Raffinerie-Bereich, ja. Deswegen würde ich deinem Beware of the Lithium Wars würde ich dagegen gehen und sagen, wird es meiner Meinung nach eher nicht geben. Trade Wars, ja, aber wirklich, dass irgendwo Amerikaner irgendwo einmarschieren, deswegen glaube ich eher nicht. Denn es gibt einfach zu viele Lagerstätten, die bisher noch nicht erschlossen sind, die erschlossen werden können, auch in stabilen Ländern. Da zähle ich jetzt einfach mal Bolivien, Argentinien und Chile auch dazu. Wobei man auch darüber reden kann, wie stabil die sind. Aber insgesamt glaube ich, das ist nicht das Problem, dass im Bergbau oder im Abbau hier es Engpässe gibt, auch wenn es jetzt nicht super krass verteilt ist, aber es gibt immer noch Lagerstätten davon. Und diese nachgelagerte Stufe, also die Raffinerie, die kannst du ja theoretisch skalieren. Ist ja egal, ob die jetzt in China stehen oder sonst irgendwo, sondern die kannst du ja auch irgendwo anders aufbauen. In Vorkommen kannst du jetzt nicht einfach irgendwie umbauen. Ich glaube, deswegen hast du bei Erdöl und Erdgas da eher die Tendenz gehabt, dafür Kriege zu führen, als jetzt bei Lithium. Aber ich weiß es nicht. Müssen wir sehen. Werden wir sehen. Insbesondere ab einem gewissen Preis kannst du Lithium aus Meerwasser gewinnen. Eines meiner Lieblingsthemen. Ist auch eines meiner Lieblingsargumente, wo ich immer sage, so ja, ihr werdet euch nach alle umgucken. Früher oder später holen wir das aus dem Meerwasser raus ab einem gewissen Preis. Und dann haben wir das. Bei Uran übrigens das Gleiche. Ja, das habe ich ja in der Uran-Episode auch gesagt. Fand ich auch sehr geil. Damals mit so synthetischen Algen. Es gibt aber hier jetzt auch andere Forschungsinitiativen. 2019 zum Beispiel gab es von IBM Research Gewinnung von Lithium aus Meerwasser. Gab es eine Studie dazu. Habe ich hier mal reingepackt. Wenn man das macht, dann ist es ja theoretisch fast unbegrenzt verfügbar. Also ja, ist immer noch begrenzt. Ich weiß aber, dann hast du einfach so viel Lithium, dass du sagst, so ja, ist mir scheißegal. 2021 gab es hier von der King Abdullah University of Science and Technology Kaust. King Abdullah University of Science and Technology ist übrigens in Saudi-Arabien. War mir auch nicht bewusst. Aber die haben hier verschiedene Studien gemacht und haben hier eine neue Methode entwickelt für Continuous Electrical Pumping Membrane Process for Seawater Lithium Mining. Also einen kontinuierlichen elektrischen Pumpprozess, um mittels einer Membran aus Meerwasser Lithium abzubauen und herauszufiltrieren. Wenn sich einer mit Membran und Salz aus Wasser rausziehen auskennt, dann sind es die Saudis mit ihren ganzen Meerwasser- in Salzungsanlagen. Und die haben es hier geschafft, mit 0,1 bis 0,2 Parts per Million Lithium im Meerwasser hier einen Prozess zu bauen, der das Ganze eben einfach das daraus zu gewinnen. Es ist so, dass im Meerwasser ungefähr das 5000-fache an Vorkommen im Vergleich zu dem, was am Land aktuell ist, drin ist, wenn man es hochrechnet. Und dieses LTO-Verfahren, das die hier entwickelt haben, das hat meiner Meinung nach einfach ein krasses Potenzial. Und zwar können die mit diesem Verfahren diese 0,1 Parts per Million auf 9000 Parts per Million hochfahren. Und ab 9000 Parts per Million kannst du dann ungefähr, so ab dem Wert ungefähr, weiterarbeiten mit klassischen, bereits etablierten Prozessen und das weiter aufreinigen und so weiter und so fort. Und die haben da eine Angabe gemacht, der ich nicht ganz vertraue. Aber angeblich kann man für einen Kilogramm Lithiumphosphat, dass man dort daraus gewinnt, müsste man nur Strom im Gegenwert von 5 Euro verwenden. Ja, das kommt doch ganz auf die Stromkosten drauf an. Ich glaube, die Kosten sind ja sehr gering irgendwie in Saudi-Arabien. Ja, 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 genau. Und also, da bin ich mir nicht ganz sicher. Und vor allem, du hast ja noch Kosten für die Membran und irgendwie Wasserverbrauch und Co. und alles, was, also der klassische Prozess kommt ja noch danach. Aber insgesamt ist es ja mal eine Anzahl. im Gegenwert von 5 Euro geschrieben. Ja, der Strom für diesen Meerwasser-Entsalzungsprozess, 5 Euro. Ja, gut, da kann man jetzt darüber reden, dass die wahrscheinlich ein bisschen geringere Stromkosten haben. Aber mal gucken. Also, weiß ich jetzt noch nicht. Ist halt mal so eine hohe Rechnung, was die gemacht haben. Oder waren es 5 Euro oder 5 Dollar? Aber egal, in der Größenordnung. Und wenn die das so in der Größenordnung hinkriegen, dann ist es ja schon mal eine Ansage, finde ich jetzt. Weil man kann ja auch Lithium aus Geothermie oder auch aus Ölquellen gewinnen. Und da kann man diesen Prozess natürlich dann auch einsetzen. Und insgesamt sehe ich da einfach viele mögliche Quellen für Lithium, um eben hier Lieferkettenengpässe zu vermeiden. Wo wir bei Lieferkettenengpässen sind, das ist ja immer wieder gerade ein Thema. Und die DERA, also die Deutsche Energie- und Rohstoffagentur, hat hier einen 140-Seiten-Bericht dazu veröffentlicht. Der ist 2015 veröffentlicht worden. Seitdem gibt es auch immer wieder andere Berichte. Die EU zum Beispiel gibt immer wieder so einen Bericht raus über Materialien, die kritisch sind. Ich hatte jetzt auch in den letzten sechs Wochen so einen Online-Weiterbildungskurs gemacht zu Critical Raw Materials. Fand ich eben auch ganz cool, das mal zu machen, weil ich bin ja jetzt auch schon länger aus der Uni raus und beschäftige mich ja nicht so viel mit Rohstoffen. Deswegen dachte ich mir, ich gebe mir den mal. Ja, Funfact. War cooler Kurs, aber die meisten Sachen dachte ich mir so, okay, interessant, das nochmal so zu sehen. Aber wusste ich schon, ja, hätte ich jetzt irgendwie auch erwarten können. Aber trotzdem, einfach cool. Und die alle nehmen Silizium mit auf, was auch völlig in Ordnung ist, weil es einfach von der Wichtigkeit für die europäische Wirtschaft einfach immer weiter steigt. Seit 2020 wurde die Economic Importance, also einer dieser Maßzahlen, die sie einsetzen, um die Kritikalität von Rohstoffen einzuschätzen, wurde die für Lizium angehoben. und hier eben auch die Verwundbarkeit der europäischen Wirtschaft durch einen Engpass in der Liziumversorgung wurde einfach als erhöht angesehen. Kurzer Nachtrag, in Saudi-Arabien ist der Strompreis ca. 3,5 mal niedriger als hier in Deutschland. Okay, dann sagen wir mal 20 Euro und okay. Ja, aber trotzdem, also ich meine, was kostet ein Kilogramm? Ja, okay, dann ist es vielleicht für ein Kilogramm Lizium doch echt nicht ganz so günstig. Aber egal, also auf jeden Fall, der Prozess ist ja gerade mal im Labormaßstab, das wird ja früher oder später, gibt dem Ganzen mal noch 10 Jahre, dann sind wir ja alle tot, aber nein. Also, ich glaube schon, dass da nochmal Potenzial da ist, um da halt einfach an diesem Prozess weiterzuarbeiten. Definitiv, also ich meine, das wird halt, also in der Hinsicht, das wird halt sehr unwahrscheinlich, es ist sehr unwahrscheinlich, dass uns dieser Prozess in den nächsten 10 Jahren hilft. So rum würde ich sehen. Ich glaube, wir werden auch noch 30 Jahre auf diesem Planeten wunderbar leben können mit Problemen, natürlich, klar, Klimakatastrophe ist real, aber die Nachfrage oder die Angebotsengpässe der nächsten Jahre werden wir mit dem Prozess zumindest nicht jetzt lösen können. Es wird ein paar Jahre dauern, bis es überhaupt skaliert ist und dann auch funktioniert. Ja, okay, gebe ich dir recht. Wir müssen jetzt was machen und deswegen ist ja auch dieser gesamte Alarmismus und dieser gesamte Aktionismus, den wir gerade haben, der ist ja auch total gut, weil dadurch werden jetzt halt Kapazitäten aufgebaut und im Zweifelsfall ist es dann halt einfach günstiges Lithium, das wir zur Verfügung haben. Ja, herzlichen Glückwunsch, dann bauen wir halt einfach mehr EVs, fertig. Also, ich glaube, so ein Problem hätte ich gern, ja, dass wir da irgendwie Kapazitäten haben, die wir eigentlich nicht brauchen und nicht andersrum, ja, gibt es ja so Szenarien, habe ich es ja vorhin gesagt, diese Verwirklicher-Fachung des Bedarfes und das ist halt real. Und ja, alles, was ich jetzt sage mit dem hier, ja, alles gar kein Problem, das ist natürlich jetzt insgesamt auf die nächsten Jahrzehnte gesehen, auf das nächste Jahrzehnt selber gesehen, kann es dann natürlich schon zu Problemen kommen oder auf die nächsten Jahre gesehen. Ja, da arbeiten ja verschiedene Länder dran, ich hatte es ja vorhin gesagt, Australien ist mittlerweile der größte Produzent von Lithium, danach kommt Chile, China, Argentinien, Brasilien, Zimbabwe und Portugal. Portugal, da gibt es gerade auch Debatten darüber, ob die ihre Produktion hochfahren, packe ich heute auch mal ein Video in die Shownotes rein, weil da gibt es auch viel Widerstand aus der Bevölkerung, die ähnlich wie wir hier mit unseren Windkraftanlagen, die dann irgendwie tausend Meter entfernt von irgendwelchen Dörfern aufgebaut werden müssen, dort halt das Problem haben, dass die nicht wollen, dass ihre Landschaft vernichtet wird, bin ich ja auch voll dabei und sage, naja, sollte man jetzt nicht unbedingt machen, ich finde es halt immer so ein bisschen schwierig, dass wir sagen so, jo, wir zerstören da mal irgendwelche Ökosysteme irgendwo in Südamerika, da ist das, sorry für die Wortwahl, scheißegal, aber irgendwie bei unserer Haustür, vor unserer Haustür wollen wir das natürlich nicht, finde ich immer so ein bisschen, ja, schwierig und ich meine, Rohstoffeinsatz ist halt immer damit verbunden, dass du in irgendeiner Form Bergbau oder irgendwas betreibst und damit halt automatisch eigentlich immer irgendetwas kaputt machst, ja, also, kann man nur überlegen, wie man das, wie man das möglichst, ja, so machen kann, dass es nicht so viele Probleme hervorhebt, erzeugt, ja. Das habe ich gerade gesehen, Justin, du hast hier was geschrieben, ob ich eine Quelle gesehen habe von der Tagesschau, ja, habe ich gesehen und zwar geht es da um, dass die Vorkommen von Lithium im Oberrheingraben beziehungsweise in Deutschland insgesamt, ich habe das ja vorhin mal so kurz erwähnt, Deutschland könnte über Nacht, zu einem der größten Lithium-Produzenten der Welt werden, jetzt habe ich den Spannungsbogen aufgebaut, natürlich nicht über Nacht, jetzt machen wir, jetzt machen wir es mal weiter im Text und heulen uns dann in einer halben Stunde nochmal und dann machen wir den Klappmann wieder zu, ja, machen wir so, okay, machen wir so, ich glaube dann, jetzt haben wir Leute, die aus Protest aufhören, ich glaube es auch, okay, kommen wir, machen wir erstmal wirklich hier weiter, also hier die Kritikalität von diesem Rohstoff, jetzt mal auf die Reserven und Ressourcen geblickt, ich habe mir das mal alles ein bisschen angeschaut und dann auch mal die Produktion drunter gelegt und man sieht dann schon auch so Zusammenhänge, also irgendwie die großen Vorkommen, die entdeckt wurden in verschiedenen Ländern und eben auch hier diese Preisveränderungen, die sieht man alle dann auch wieder, wenn man sich das alles mal plottet, schaut da gerne in das Tableau rein, dann seht ihr das alles sehr gut. Was ich auch in Person jetzt müssen wir noch die Spannungsbogen auflösen. Ja, nee, 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 machen wir noch nicht. Und zwar, was ich noch sagen wollte, die USGS, das ist ja eine meiner Hauptquellen normalerweise, die haben sich hier teilweise sehr massiv verschätzt in ihren Schätzungen, weil die geben ja auch immer so Estimates raus und ich hab das alles mal nachgerechnet, hab das alles mal irgendwie in Zeit rein, ja, ich hab zu viel Zeit für so einen Scheiß, ich weiß. Hab da mal irgendwie das zusammengerechnet, wie hoch denn deren durchschnittliche Verschätzung war, ja, und bin dann draufgekommen, dass zwischen 1995 und 2019 die Produktionszunahme im Durchschnitt um 8,5 Prozent unterschätzt wurde und zwischen 2014 und 2019 die USGS, die um 13 Prozent unterschätzt hat, ja, und 2017 alleine gab es 60,5 Prozent mehr Produktion, als die eigentlich prognostiziert hatten. Was auch interessant ist in den Daten von der USGS, weil wir ja vorhin die Datenthematik hatten, zwischen 2003 und 2009 und 2000 bis 2003 haben sich die Reserven und Ressourcen nicht verändert, also komplett gleich geblieben, was ich so ein bisschen unwahrscheinlich finde, weswegen ich so ein bisschen die Tendenz habe anzunehmen, dass die einfach Copy-Paste gemacht haben, weil es ihnen damals halt einfach egal war. Ich weiß es aber nicht, also keine Ahnung, aber das sah schon irgendwie ein bisschen komisch aus, aber gut, vielleicht sind die auch einfach besser geworden in ihren Modellen. So, ich packe euch hier auch mal, wie gesagt, die CDF-Doku zum Spudumen-Abbau in Portugal rein und dann könnt ihr hier mal reingucken, was es da denn eben an Problemen gibt. Ich würde gerne noch mal auf das Thema Marktkonzentration kommen, weil da habe ich auch eine schöne Grafik dazu gebastelt und mir das Ganze mal angeguckt über die Jahre. Haben wir jetzt die deutsche Klammer schon geschlossen? Ne, haben wir nicht, aber dann wollen wir das jetzt zumachen? Ja, okay, machen wir einfach jetzt zu, sonst springen uns die Hörer hier wirklich ab und zwar, es gibt mehrere Projekte in Deutschland, die gerade laufen, weil ja Deutschland selber, Automobilland und so, wir wollen halt da auch mitmischen und wir haben halt auch da Vorkommen in dem Bereich, was Lithium angeht, zum Beispiel in Sachsen und zwar ist gerade in Sachsen der Abbau von Lithium geplant. Insgesamt wird hier das Vorkommen auf 125.000 Tonnen Lithium geschätzt, was nicht schlecht ist, wird dort eben in den alten Bergbaubereichen abgebaut, wo früher, glaube ich, Zinn und sowas abgebaut wurden. Dort soll jetzt in Zukunft Lithium abgebaut werden im klassischen Bergbau. Das Projekt ist 2010 gestartet und Förderung soll 2025 starten. Also sieht man 15 Jahre zwischen Exploration und Förderungsbeginn. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich mit den Umweltschutzauflagen und Co. in Deutschland eher das Längere, was man annehmen muss für die Zeit für so ein Projekt. Aber immerhin gibt es dann hier eben auch Bergbauaktivitäten in dem Bereich. Das andere Thema, was ich auch vorhin so ein bisschen angerissen habe, ist das Thema im Oberrheingraben. Dort soll das Lithium aus dem Grundwasser beziehungsweise aus Thermalwasser gewonnen werden. Und zwar weiß man ja, im Oberrheingraben gibt es gute Möglichkeiten, um die Geothermie zu machen. Und hier gibt es in diesem Thermalwasser relativ hohe Anteile von Lithium, das man jetzt auch versucht, rauszuwaschen oder rauszulösen. Da gibt es Prozesse mittlerweile dafür, mit denen man das sehr gut machen kann. Und hier gibt es eine bereits installierte Probeanlage, die in Betrieb ist. Und bis 2025 sollen hier eben auch weitere Anlagen folgen. Das könnte insgesamt, wenn man sich das gesamte Vorkommen oder das gesamte Potenzial in Thermalwasser, was dort ist, anschaut, dann könnte das eben übernachdeutschland zu einem der führenden Länder im Lithiumabbau machen. Beziehungsweise alle anderen Länder, die da am Oberrheingraben auch noch mit dabei sind, aber das meiste davon fällt halt auf Deutschland zurück. Es ist hier, Pi mal Daumen, sind hier 400 Millionen E-Autos denkbar, die man damit bauen könnte. Das erinnern wir uns, 1,4 Milliarden E-Autos gibt es insgesamt. Das wäre dann schon mal einfach mal eine Ansage, wenn wir davon halt einfach mal irgendwie knapp ein Drittel bauen könnten. Da freuen sich bestimmt die Kollegen bei Daimler und VW und Co. Ja, und Fun Fact, das Unternehmen... Arbeitest du bei denen oder warum meinst du Kollegen? Die Kollegen, ja, ehemaligen Kollegen muss man ja dann sagen, hast du recht, ja. Fun Fact, wer baut das ab? Das ist ein Unternehmen, das heißt Vulcan Energy und das ist natürlich kein deutsches Unternehmen. Fand ich irgendwie lustig, ja, das ist ein, ich glaube, in Australien. zur Größenordnung, Größenordnungseinordnung der VW-Konzern liefert sich jährlich ein Rennen mit Toyota und dem Renault-Nissan-Mitsubishi-Konzern über den Platz 1 der meist abgesetzten Autos und das ist in der Regel irgendwas um die 10, 11, 12 Millionen Fahrzeuge oder irgendwas um den Dreh. Das heißt, wenn wir 400 Millionen und das sind dann die weltweit größten Autokonzerne, wohlgemerkt, also die sind quasi ganz knapp beieinander immer und der weltweit größte Autokonzern verkauft zur Roundabout zwischen 10 und 12 Millionen Autos pro Jahr, dann sind 400 Millionen Autos ein Haufen Holz. Voller und ganz richtig, ja, jetzt lass mich mal kurz nachrechnen. Das wären ungefähr 6 Milliarden Tonnen Lithium. Aktuelle Produktion 2019 lag bei 0,5 Millionen Tonnen, also 500.000 Tonnen abgebauten Lithium. Im Vergleich dazu ungefähr irgendwas um die 6 Milliarden Tonnen, die man dort abbauen könnte. Das ist schon in dem Bereich, wo Bolivien liegt mit seinen Vorkommens. Ja gut, die sind bei 9, glaube ich, gell? Also, auf jeden Fall extremst viel, was man hier machen könnte. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, kann das natürlich auch sein, dass ich mich verrechnet habe. Nicht Tonnen, Kilogramm, sorry. Ist egal. Vergesst einfach 400 Millionen E-Autos. Das ist das, was ich hier bekommen habe. Ich habe leider keine klare Angabe darüber bekommen, mit wie viel Lithium im Boden die rechnen oder mit wie viel Kilogramm pro Elektroauto die rechnen. Ich habe jetzt einfach mal 15 Kilogramm angenommen. Könnt ihr ja selber nachrechnen. So, wenn ihr jetzt auf die Idee kommt, oh, Vulcan Energy, das guckt. nicht Milliarden Tonnen, sondern wenn dann Millionen, weil Milliarden dann, also wenn die geschätzten Vorkommen in Bolivien 9 Millionen Tonnen sind, dann kann es schlecht sein, dass wir noch schon 6 Millionen haben. Okay, rechnen wir doch einfach mal. 400 Millionen E-Autos. Wenn wir die mit 15 Kilogramm annehmen, dann komme ich auf 6 Milliarden Kilogramm. Das sind 6 Millionen Tonnen. Oder? Genau. Ja, okay. Also 6 Millionen Tonnen. Sorry, also habe mich da vorhin einfach verrechnet. Darf ja auch mal sein. Das heißt, schon irgendwo in der großen Ordnung von Bolivien. Dann ist Bolivien immer noch ein bisschen höher. Aber die bauen ja nicht ab. Deswegen, wenn wir das halt hinkriegen, hier die Geothermie hochzufahren, dann könnten wir hier halt zu dem Land werden, das führend im Abbau von Lithium ist. Was cool wäre irgendwie. Also das wäre mal so, Deutschland hat ja normalerweise keine Bodenschätze, die wirklich sich lohnen, abzubauen. Also irgendwie Kalisalz, das wäre schon irgendwie mal eine Ansage. Und, 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 es war nicht nur Kalisalz und auch das, was du für Porzellan brauchst. Also das Porzellangeschirr würde es nicht ausgehen. Ja. Lassen wir das. Okay, ja. Nee, klar, hast du voll und ganz recht, ja. Ich habe hier auch mal noch ein paar andere Unternehmen mitgebracht, die 2019 hier viel produziert haben und hier führend waren. Also das war Al-Alber-Mail-Li. Al-Bermail. Al-Bermail, genau. Ich habe immer so ein Problem mit diesem Namen. Ähm, SQM, Tianjin, Lithium, Mineral Resources, Galaxy Resources und dann eben noch ein paar andere. Äh, Norilsk Nickel zum Beispiel, BHP, Yumicor, äh, ne, warte mal, die waren beim Nickel, Norilsk Nickel, genau, sondern bei Lithium waren es eben die, die ich jetzt hier vorher genannt hatte. So, aber, 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 Leute, bevor ihr jetzt anfangt, äh, ich kenne euch ja alle, ja, bevor jetzt alle anfangen, dann gibt es Vulcan Energy irgendwie bei eurem, ähm, Broker, eurer Wahl ein, ja. Äh, eigentlich wäre das jetzt der perfekte Ort für so ein Product Placement, wenn wir von irgendeinem gesponsert werden würden, aber das wären wir nicht, dann hätten wir es, dann hätten wir es zwischen unseren Cliffhanger gepackt. Ja, hast du recht, ja, ja, aber, äh, ähm, seit, also, hier kurzer Exkurs, Explorationsunternehmen, Bergbauunternehmen, investiert gerne in die, aber seid gewarnt, ich hab da extra mal eine Episode dazu gemacht, zum Thema, äh, Stupid German Money und Explorationsunternehmen, in der Mehrheit der Fälle sind die Dinger nicht rentabel und gehen wieder ein, ja. Wenn ihr, zum Beispiel, Lizio, äh, Aktien kaufen wollt oder in irgendeiner Form Investment statiken wollt, um von dem Lizio-Boom zu profitieren, dann seid hier sehr, sehr vorsichtig. Es gibt extremst viele Fonds und Produkte und Sachen, die da irgendwie das versuchen und die da irgendwie aber echt teilweise grausame Sachen machen, ja. Schaut euch an, es gibt ein paar ETFs, die ganz okay sind, wo ich sag so, hm, kann man mal irgendwie drauf gucken, also so, die da auf Indizes basieren, Dies ist keine, keine Finanzberatung, bitte für allen Gesellenarzt oder Apotheker. Genau, ist keine Finanzberatung, alles was ihr macht, ist euer eigenes Risiko. Ich warne euch genau eben extra deswegen davor, schaut euch das hier an, hört euch die Episode zu Explorationsunternehmen an, äh, da hab ich das Thema auch schon mal angesprochen, ähm, trotzdem will ich euch ein paar Namen nennen, ne, äh, denn es gibt ein paar Unternehmen, die ich einfach per se interessant finde, jetzt nicht von der Investmentperspektive her, sondern insgesamt interessant, zwar zum Beispiel Standard Lithium, finde ich irgendwie cool, die machen Exploration, ähm, genauso wie eben Rocktech Lithium, Millennium Lithium, keine Handlungsempfehlung, äh, Handelsempfehlung, von mir jetzt hier, ja, die wurden aber auch mal in einem Handelsblatt, äh, genannt, was ich sehr interessant fand, weil die halt da gesagt haben, ja, ihr wollt von dem Lithiumboom profitieren, dann kauft euch diese Aktien, wo ich mir dachte so, aha, ihr seid ja echt mutig, dass ihr hier irgendwelche, äh, Explorationsunternehmen empfehlt, liebes Handelsblatt, by the way, oder was ist Handelsblatt, ich weiß nicht mehr, ich finde die Zeitschrift grad nicht mehr, ich hab sie hier irgendwo rumfliegen, weil ich mir die damals direkt gekauft hab, oder der Aktionär war's, glaube ich, ja, und haben da irgendwelche Empfehlungen rausgegeben für Explorationsunternehmen, ja, wo ich halt so sag, naja, wenn, dann würde ich halt irgendwie mir so eine SQM-Aktie oder sowas kaufen, von irgendwie den Großen, äh, die halt irgendwie ein bisschen stabiler arbeiten, als jetzt irgendwie so eine kleine Explorationsbude, die halt ein Hopp oder Top ist, ja, das ist halt Glücksspiel. Ja, es gibt hier auch eine ganze Liste von diesen Unternehmen, äh, und Indizes, wie ihr gesagt, schaut's euch an, aber erwartet hier nicht, dass ihr über Nacht, äh, reich damit werdet, oder nicht werdet, ähm, und keine Handelsempfehlungen und alles drum und dran. So, kommen wir, machen wir da einfach den Sack zu, kommen wir zu den sozialen und Umweltauswirkungen, das ist eh viel interessanter und wahrscheinlich für die meisten von euch auch interessanter. Und zwar hatte ich's ja vorhin erwähnt, das Thema Wasserhaushalt, ja, kann man jetzt sagen, so, naja, das ist Salzwasser, braucht ja eh keiner, kann man ja eh nicht mit viel machen, ja, ja, naja, genau, nicht dort, das ist der richtige Punkt. Und zwar, wer mal dort war, du hast es bestimmt gesehen, äh, Justin, dort gibt's Flamingos, ja, die gibt's nämlich nicht nur im Zoo, die gibt's da auch in der Natur, so in real und so wild und das ist echt faszinierend, wenn man in dieser Landschaft steht, in der es nix gibt, also nicht mal wirklich Gras, sondern einfach nichts und dann diese quietschpinken oder rosanen, je nachdem, wie man fragt, Flamingos da in diesen Seen chillen, bei gleißender Sonne, bei, äh, nichts außenrum, es ist echt so, okay, cool. Ja, es ist ungefähr so, das letzte Tier, das ich dort erwartet hätte, aber wenn man mal drüber nachdenkt, ist es total sinnvoll, ja, aber es ist halt genauso, wie wenn da jetzt auf einmal halt einfach, keine Ahnung, ein Elefant steht, denkst ja auch so, was machst du hier, ja, ähm, diese Flamingos, das sind übrigens Andenflamingos, also eine sehr spezielle Art von Flamingo, ähm, die stehen dort in den Lagunen rum und fressen dort Krebse, und zwar gibt's dort Salzwasserkrebse, die auch sehr typisch dafür sind, insgesamt ist in diesem Bereich, dort in den Anden, äh, irgendwie ist jedes Tier, das dort vorkommt, ist genau auf diesen, diese ökologische Niesische zugeschnitten und gibt's nur dort gefühlt, ja, deswegen diese Andenflamingos gibt's nur dort, in diesen Seen, in diesen Lagunen. So, jetzt spielen wir das mal durch, Wasserhaushalt, ja, wir pumpen jetzt da irgendwelche, ähm, irgendwelche Sohle hoch, lassen die im großen Stil verdunsten, was passiert, diese Lagunen, in denen diese Flamingos stehen, da sinkt der Masserspiegel, weil wir das ja verdunsten lassen, ja, kann man jetzt ja auch argumentieren, in den Lagunen verdunstet das auch, stimmt, aber nur in den Lagunen, der Salzsee hat ja obendrauf eine feste Salzkruste, auf der man auch mit dem Auto fahren kann, da verdunstet nix, sondern das ist ja unten drin, das Wasser, ja, also man hat ganz, ganz viel Salz und unten ist ein bisschen Salz, ähm, ähm, Sohle, die halt einfach komplett gesättigt ist mit Salz, ja, und die pumpen wir jetzt hoch und lassen die nochmal verdunsten, dadurch nehmen wir die weg und dann gehen halt die Lagunen zurück, wenn die Lagunen zurückgehen, dann gehen auch die kleinen Krebse, die dort leben, zurück, das heißt auch die Population an Andenflamingos geht zurück oder stirbt aus und, äh, damit hast du dann auch wieder die, den Andenfuchs, der zurückgeht, weil der sich nur von den Andenflamingos ernährt, die sich nur von diesen kleinen Krebsen ernähren, also hast du da einmal komplett die Nahrungskette, die du damit gegen die Wand fährst, wenn du Pech hast, ja, deswegen gibt es da schon die Überlegung, naja, eigentlich nicht so sinnvoll, da alles abzupumpen, oder zumindest sollte man es halt anders machen, dass man nur das Lithium rauslöst und dann halt den Rest wieder runterpumpt. Genau, und das ist halt dann der Punkt, wenn man, und da bin ich immer ein bisschen skeptisch, da haben wir von vielen Bergbauunternehmen schon viele Sachen gehört, zu vielen schönen Fördermöglichkeiten, die dann am Ende des Tages doch nicht so sauber waren, wie am Anfang gedacht, aber Idee ist, wenn ich natürlich abbauen kann oder das aus dem Gestein herauslösen kann, und das ist ein Konzentrationsgleichgewicht, jeder kennt es oder könnte mal ausprobieren, wenn ihr ein Glas Wasser nehmt und dann da Salz reinkippt, irgendwann wird sich das Salz nicht mehr auflösen, wenn ihr dann aber quasi diese super Sohle, die ihr da euch gemischt habt, dann etwas abgießt und neues Frischwasser wieder oben drauf tut, dann wird sich wieder mehr Salz lösen, weil quasi noch was an Reserve da ist, das heißt, im Endeffekt kann man das Gleiche bei diesem See machen, dass man da Sohle entnimmt, die ist per Definition da unten in der maximalen Konzentration, die da unten vorkommen kann, solange es dort noch mehr gibt, was herausgelöst werden könnte, dann kann man die rauslösen, dann kann man das Salz von der Flüssigkeit abscheiden, dann muss man dann sich einen Prozess überlegen, ohne dass man es verdunsten lässt, das heißt, man hat am Schluss eben Salz und die Flüssigkeit und dann kann man die Flüssigkeit ohne das Salz wieder nach unten pumpen und das ist quasi das Gleiche, wie wir haben was aus unserem Wasserglas genommen und haben jetzt Frischwasser nachgefüllt und dann lösen wir wieder neues Salz, neues Lithium-Salz in diesem Fall, aus dem Gestein wieder in das Wasser auf und können ihn wieder abpumpen. Ja, oder nicht nur aus dem Gestein, sondern auch aus dem gesamten Salz außenrum, weil man muss sich da halt vorstellen, man hat einen Berg von Salz und halt irgendwie ein paar Tropfen Wasser drauf, ja, also, genau, oder Gesteinssalz kann man ja, okay, wenn du das Salz als Gestein ansimmst, dann kannst du da auch, ja, okay, ja, hast recht, sorry, wollte jetzt nicht. Aber jedenfalls, soweit wir wissen, sind halt sehr viele noch über dieses Verdunstungsverfahren, was halt sehr starken Impact hat, wenn man jetzt übergeht zu Verfahren, die nicht so scharfe, die nicht so, nicht so dieses Verdunstungsverfahren verwenden, sondern einen geschlossenen Wasserkreislauf an der Stelle, wäre wahrscheinlich das Stichwort verwenden, dann ist man da schon mal einen deutlichen Schritt weiter, was das dann für andere geologische Konsequenzen zum Beispiel hat, dass irgendwelche Landstriche sich destabilisieren oder in Rutschen kommen oder man dann andere Probleme hat. Das Gute ist, dort lebt fast niemand. Das heißt, wenn da ein bisschen der Berggrot interessiert, das vermutlich jetzt nicht so viele, wie wenn ich das in Rheinland-Pfalz mache, beim Rhein. Aber trotzdem muss man sich da halt anschauen, was passiert und sich dessen Bewusstsein, quasi welche Umweltkosten man dort hat. Was man auch dazusehen muss, ist in der Rheinland-Pfalz, also weil du es jetzt gerade gesagt hast, das mit geologischen und Erschütterungen und Co., warum hat man die dort und eben hier eher nicht? Und zwar in der Rheinland-Pfalz geht es ja erstmal um Geothermie. Das heißt, du hast dort auch viel mit Temperaturunterschieden, was du arbeitest und insbesondere wird dort ganz oft eben erstmal der Boden aufgefragt. Das heißt, du machst bewusste Risse in den Boden im Untergrund, um eben dort Wasser zwischendurch zu pumpen oder in irgendeiner Form auch einen Kreislauf herzustellen. Hätte man hier jetzt auch, aber du würdest hier jetzt erstmal keine Rissbildung im Untergrund machen, sondern du hängst einfach deine großen Rüssel unten in die Sohle rein und die saugt es dann durch Salz durch. Also zumindest ist das jetzt der Stand, den ich habe, dass man dort kein Fracking machen müsste, weswegen man dann auch nicht so krasse Auswirkungen hätte. Aber nichts dazu, wir wissen es einfach nicht, was wir damit machen. Wir wissen Auswirkungen nicht. Kann ja auch sein, dass da unten irgendwelche Mikroorganismen leben oder denkt euch irgendwas aus. Da kann es alles Mögliche geben. Ich persönlich bin der Meinung, wenn wir das Thema mit dem Verdunsten in den Griff bekommen würden, wie vorhin gesagt, Bergbau ist immer schmutzig. Wir haben immer irgendwo, wenn wir Rohstoffe abbauen und einsetzen, hast du immer irgendwelche Auswirkungen. Ich finde das jetzt in irgendeiner Form vertretbarer, wenn wir jetzt irgendwie E-Geothermie machen und ein Lithium rauslösen in Deutschland, oder wenn wir irgendwie da Solar abpumpen und die dann wieder zurückpumpen und dadurch das Wassergleichgewicht nicht unbedingt gegen die Wand fahren, dann fände ich das irgendwie okay, im Gegensatz zu Erdölbohrungen, die halt irgendwie die Antarktis verseuchen und irgendwo irgendwelche Leute dafür umgebracht werden und wer sich mal irgendwie Kasachstan anguckt oder verschiedene andere Länder, die irgendwie groß im Erdöl- und Erdgasbusiness drin sind, das ist halt einfach, da sind Landstriche komplett vernichtet. Also. Das ist halt das Schöne, oder was heißt das Schöne, aber das in der Hinsicht wahrscheinlich weniger unangenehme daran, wenn jetzt da Solar austritt, dann ist es im Endeffekt nur Salz, was sowieso schon an der Oberfläche auch vorhanden ist. Das heißt, ich vernichte oder verschmutze oder verseuche jetzt nicht meine Landschaft ähnlich, oder wie ich das bei Erdöl tun würde, wenn es mir rumsuckt und ausläuft, weil dieses Salz an sich natürlich in dieser Landschaft vorkommt. Wenn das in der Landschaft drin bleibt, wenn ich das jetzt irgendwo zum Aufreinigen, irgendwo anders hinfahre oder vom Glück zum Laster, dann hast du wieder das. Das ist eine andere Geschichte, wenn ich es quasi in diesem Solleprozess mit einem geschlossenen Kreislauf da irgendwelche Chemikalien verwende und die mir dann irgendwie was rumverseuchen, das ist natürlich auch wieder eine andere Geschichte. Aber wenn ich das über einen physikalisch-mechanischen Prozess zum Beispiel in irgendeiner Form machen kann, dann habe ich natürlich da, dann habe ich dieses Versäuchungsproblem deutlich reduziert, nennen wir es mal so. Was du allerdings trotzdem hast als in Anführungsstrichen Versäuchungsproblem ist den Süßwasserverbrauch. Und zwar ist es meistens so, dass diese aufkonzentrierten Sohlen, die dann eben aus diesen Verdunstungsbecken oder dann aus welchem Prozess auch immer gewonnen werden, die müssen ja weiterverarbeitet werden, damit du dann eben deine Zwischenprodukte hast, also meistens Lithiumcarbonat oder Hydroxid oder was auch immer, du willst. Und das wird meistens vor Ort gemacht, weil du hast dort große Mengen an Sohle, die du halt jetzt nicht irgendwie sehr weit transportieren möchtest, sondern meistens möchtest du oder die Transportwege eben kurz halten, damit du das eben dann möglichst hoch aufreinigen kannst in das Zwischenprodukt, das du haben willst, das du dann transportieren kannst und transportieren willst. Und hier hast du das Problem, dass bei diesem Aufreinigungsprozess Süßwasser benötigt wird und insbesondere in Atacama Wüste zum Beispiel, wo es eh nicht so viel Süßwasser gibt, dort wird dann sehr viel Süßwasser verbraucht, was dann natürlich wieder dem Ökosystem in irgendeiner Form entdomen wird und dann auch wieder nicht zur Verfügung steht. Und hier gibt es halt sehr viele Aussagen von örtlichen Bauern, die sagen, naja, bei uns ist das Grundwasser irgendwie um 20 Zentimeter gesunken, wir haben mittlerweile weniger Wasser in den Brunnen, wir haben mittlerweile weniger Wasser in irgendwelchen Flüssen und hier ist es so, dass die Lithiumproduzenten insgesamt nicht oder sehr wenig überwacht werden, der Zugang für Presse und Wissenschaft ist sehr stark eingeschränkt, weil die natürlich auch nicht wollen, dass da halt mehr hingeschaut wird, weil klar, wenn jemand hinschaut und sieht da irgendwelche Probleme, dann kannst du da natürlich keinen Reibach mehr machen. Und hier ist ein großer Aufruf, an alle, die bei irgendwelchen Automobilkonzernen hier in Deutschland oder irgendwo auf der Welt arbeiten, ihr habt die Marktmacht, die Automobilkonzerne, ihr seid die großen Abnehmer von diesen Batterien, die in eure Elektroautos eingebaut werden, ihr könnt eure Marktmacht nutzen und verbindliche Umwelt- und Sozialstandards einfordern und die dann auch durchsetzen. Ich weiß, es ist gerade vielleicht nicht die geschickteste Moment, ihr kauft auf, was ihr könnt, aber fordert das ein, schaut zu, dass es sauber gemacht wird, weil wenn ihr es nicht macht, habt ihr das Reputationsrisiko in drei, vier Jahren und dann habt ihr das Problem, weil dann sind etablierte Prozesse da und dann kriegt ihr das eh nicht mehr umgesetzt. Jetzt wird hier aufgebaut. Das ist das und zweitens könnt ihr dann auch nicht umstellen. Also wenn ihr jetzt was euch sichert, dann habt ihr halt das in drei Jahren, aber sonst wird es nichts geben auf dem Markt, so wie es aussieht. Das heißt, dann seid ihr die Gelagdmeierten, wenn das dann was ist, was die Leute nicht haben wollen, weil sich herausstellt, dass das nicht sauber ist. Ja. Dann könnt ihr höchstens versuchen, es auf dem Weltmarkt zu verkaufen und was anderes einzukaufen, aber das sind dann andere Preise, wahrscheinlich. Voll und ganz richtig, ja. Und was ihr euch so ein bisschen mal, also damit in Relation habt, für eine Tonne Lithium werden wohl circa zwei Millionen Liter an Süßwasser verbraucht, aktuell. Hast du da eine Quelle dazu? Äh, muss ich nochmal rausholen, suche ich mal raus, aber das ist mal so eine Pi mal Daumen Angabe, klar gibt es da wahrscheinlich auch effizientere Prozesse, aber das war jetzt mal so eine Angabe, die ich bekommen habe und 50 Prozent der Förderung von dem Lithium, insbesondere eben in dem Bereich, also jetzt auf die Salzszenen geblickt, und 50 Prozent dieser Salzszenen liegen eben in Gebieten mit Wasserknappheit, weil ja klar, Salzszenen sind jetzt halt eher so in Bereichen, wo es jetzt nicht häufig regnet, ja, weil die halt durch Verdunstung entstehen und dementsprechend, ähm, ja, ist das schon ein Thema, wie gesagt, legitim, ja, gibt es Lösungen dafür, aber ihr müsst die durchsetzen. Natürlich auch wieder das Thema, äh, wenn da elektrische Energie verwendet wird oder auch für die Akkus später, wenn die elektrische Energie aus dem Stromnetz kommt, dann hast du dann natürlich auch das Problem, dass es nicht per se nachhaltig oder erneuerbar ist, sondern, äh, da muss der Strom natürlich auch nachhaltig oder erneuerbar sein. Ähm, was ja auch noch, was ich jetzt hier mal aufgeschrieben hatte, was auch immer wieder als so Kritikpunkte angeführt wurde, beim Umstellen auf Elektromobilität, sind die Ladepeaks, ja, ähm, ich glaube, Harald Lesch hat da das mal durchgerechnet, der hatte da aber irgendwie mit 150 Kilometern pro Nase, pro Auto irgendwie gerechnet, also auch, ja, Annahmen getroffen, die einfach meiner Meinung nach schwierig sind, ja, fährt ja auch nicht jeder gleichzeitig irgendwie zur Tankstelle und tankt da, geht da auch nicht. Also, es gibt, es gibt die berühmte, es gibt die berühmte Zahnarzt, Zahnarztstraße in dem Kontext, das ist die Straße, in der alle Zahnärzte in der Stadt wohnen, die alle Tesla fahren und die alle abends um 20 Uhr alle gleichzeitig nach Hause kommen und alle ihren Tesla mit extra Schnellladeinfrastruktur bei sich zu Hause eingebaut, dann aufladen und dann geht quasi in der Straße das Licht aus, weil das Verteilen jetzt an der Stelle dann halt ein Megawatt abkönnen muss und das ist halt nicht dafür ausgelegt. Ja, wenn du davon ausgehst. Das ist aber halt auch nicht realistisch und das andere ist halt auch, muss mein Auto, wenn ich nach Hause komme, wenn ich 10 Kilometer runtergefahren habe davon, weil ich zum, im Pendelverkehr vermutlich mal der 40 Kilometer gefahren bin, muss es sofort innerhalb von 10 Minuten wieder 80 Kilometer mehr Reichweite haben. Ich würde sagen, wenn ich abends zu Hause ankomme, nein. Ladermanagement ist hier der Stichwort, ja. Ja. Ja und ich sag mal so, wenn alle Elektroautos fahren, dann kann mir keiner verraten, dass wir ausschließlich bei uns daheim in der Garage laden, sondern dann lädst du halt irgendwo auf irgendwelchen Parkplätzen konstant und dann verteilst du das über den Tag. Aber anyhow, ich sehe eh die Probleme, weil wir ja beim Lithium sind, ich sehe die Probleme von EVs insgesamt eher unkritisch, ja, oder sie da einfach Lösungen dafür. Und wenn es um den Rohstoff geht, weil da ja immer wieder gesagt wird, Elektroautos, die Batterieherstellung hat ja solche Umweltprobleme, ja, dann sehe ich diese Probleme nicht beim Lithium, sondern die sehe ich dann eher bei sowas wie jetzt, ja, keine Ahnung, verwendeten Nickel, ja, oder halt irgendwo Kobalt. Und da gibt es zum Beispiel eine Klage gegen Tesla und andere Unternehmen von jetzt hier 14 Kindern und Eltern aus der Demokratischen Republik Kongo. Da gibt es andere Probleme, was jetzt Menschenrechte und Co. angeht, wo ich sage, das ist jetzt nicht unbedingt hier das Lithium, das problematisch ist, ja. Und, ja, trotzdem gibt es Punkte, wo man drauf hin arbeiten kann. Ist ja immer so ein Thema mit dem Thema, wie heißt es, Whataboutism, ja. Gut, als letzten Punkt für heute würde ich an dem, an der Stelle noch einen kleinen Exkurs aufmachen, weil wenn wir jetzt schon über Menschenrechte und Co. reden, dann kann ich ja so einen kleinen Einblick geben, so als Abschluss für heute und dann nehmen wir die Teile Gewinnung und Aufbereitung mal in eine zweite Session mit ein, weil wir sind jetzt schon bei zwei Stunden, oh mein Gott, ich wusste ja, dass diese Episode lang wird, aber dass sie so lang wird, waren wir jetzt doch nicht bewusst. Man muss dazusehen, ich habe 45 Seiten Show Notes geschrieben. Habe ich es übertrieben? Ja, vielleicht. Ihr könnt jetzt mal sehen, in wie viele Teile wir das geschnitten haben am Ende. Ist das jetzt schon Teil zwei und wir wissen es nur noch nicht, jedenfalls wir zeichnen gerade auf und wir machen jetzt dann gleich eine Pause, aber jetzt reden wir erstmal noch über das Lieferkettengesetz, was ja hier auch explizit eine Rolle spielt, schlicht und ergreifend ist es auch etwas, was wir uns bei uns im Unternehmen Gedanken machen. Weil wir halt sagen, wenn die von der Energieinfrastruktur sind häufig institutionelle Investoren dort im Hintergrund tätig, die diese Gelder dann aufbringen und investieren und die sagen uns schon heute, dass sie schlicht und ergreifend jetzt schon sicherstellen müssen, dass ISG-Kriterien in fünf Jahren erfüllt sind, weil sie sonst Angst davor haben, dass sie ein sogenanntes Stranded Asset, also ein gestrandetes Investment haben, das ist quasi irgendwo im Nirgendwo und war mal was wert, aber ist nichts mehr wert, weil diese Kriterien dann, die sie womöglich dann in den nächsten Jahren erfüllen müssen, auf einmal nicht mehr erfüllen. Das ist so, wie wenn jetzt jemand ein Kohlekraftwerk vor zehn Jahren gebaut hat und das ursprünglich mal auf 40 Jahre geplant war und er jetzt aber feststellt, in eigentlich fast egal, welchem Land dieser Welt, dass es nur noch 20 Jahre laufen wird, dann wird das 10. Nee, 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 außer es steht in Deutschland, dann lohnt es sich immer noch. Wir haben ja jetzt eine neue Regierung in Aussicht, das mag sich dann nochmal um acht Jahre ändern. Ja, okay. Aber ja, naja, jedenfalls, bleib mal positiv, ein Stranded Asset ist einfach, wenn so ein Investment, was man getätigt hat, sich die grundlegende Hypothese, warum es sich lohnt, einfach wegfällt und dann hat man einfach das Ding noch da stehen, aber es ist nichts mehr wert. Du musst es praktisch abschreiben von heute auf morgen, also so das Paradebeispiel dafür ist entweder das Kohlekraftwerk oder aber das Erdölfeld von BP, die das halt auf einmal nicht mehr abbauen können, dürfen oder wollen, weil es sich halt einfach nicht mehr lohnt. Und das ist der eine Punkt, der andere Punkt ist natürlich auch, dass du halt ein regulatorisches und ein Reputationsrisiko hast, also ich arbeite ja in dem Bereich Sustainable Finance, nachhaltiges Finanzwesen, deswegen habe ich damit natürlich auch von der Finanzseite zu tun und insgesamt ist die Stimmung eigentlich relativ schlecht, also dieses Lieferkettengesetz kam jetzt, ja, und da passiert auch einiges und wir haben halt auch immer wieder so Probleme, weil halt irgendwie da auch, also das Gesetz ist per se einfach nicht gut, ja, weil da sind super viele Fragen offen geblieben, es sind super viele Punkte, also die sagen zum Beispiel, hier, du musst in deiner Versorgung, in deiner Supply Chain irgendwie was machen, ja, aber sagen halt nicht, was ist die, können da Finanzdienstleistungen dazu oder nicht, also, ja, es sind viele Aspekte, die nicht berücksichtigt wurden, viele Teile, vielleicht war es ja einfach mein erster Wurf, ja, für sowas hat man einen Referentenentwurf, Justin, ja, nicht ein Gesetz, ist ein Gesetzesentwurf und dann geht es dann, das ist das, was politisch möglich ist, jetzt haben wir nämlich eins und jetzt kann man nämlich darüber diskutieren, wie wir es verbessern, davor hatten wir nicht mal eins und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie viel Umrufe es war, dass es ja überhaupt nicht ginge, wenn wir dann Lieferkettengesetz machen, weil dann würde ja unsere ganze Industrie den Bach runtergehen und wir wären ja nicht wettbewerbsfähig und alles wäre Drama und Pest und Cholera. Das ist ja auch der Punkt, das ist ja auch der Punkt, weswegen ich es so verwunderlich finde, weil so viele Industrieverbände und Leute haben da dran mitgeschrieben, ja, also das war ja so umkämpft, dass alle mitgeschrieben haben. aber was ich erwartet hätte, dass es dann zumindestens klar ist, wem betrifft es, wie ist es praktisch an, wenn bei, das habe ich wirklich gedacht, ja, ähm, aber nee, ist nicht der Fall, wenn ihr euch dafür interessiert, wir hatten ja eine Episode dazu auch schon gemacht, zum Lieferkettengesetz, schaut mal bei Lieferkettengesetz.de vorbei, das ist auch so eine Initiative, sich damit beschäftigt und, äh, ich habe einfach auch mal eine Playliste mit satirischen Formaten zum Lieferkettengesetz gemacht, die ich persönlich ziemlich geil finde, ähm, da habe ich sehr gelacht, äh, die sich da mal ein bisschen anschauen, weil das eigentlich viel zu schwach ist, aber, es gibt einen strahl der Hoffnung, auf europäischer Ebene gibt es jetzt gerade auch einen Ansatz, da ein Lieferkettengesetz zu machen, ähm, das kommt, das wohl ein bisschen strenger ist, weswegen wir dann eh wieder, äh, das deutsche Gesetz anpassen müssen und, ähm, dann schauen wir mal. Hey, ich glaube, wenn das deutsche angepasst wird, ich meine, es ist jetzt mal ein Staat, ich meine, wir haben nicht perfekt angefangen mit, mit Regelungen und Gesetzen, sondern, ja, das, ja, okay, hast du natürlich recht, aber ich sehe das schon immer so, weißt du, so viele andere Länder haben da schon irgendwie was gemacht, wir sind eh schon spät dran, wir sind mit die Letzten, die da irgendwie was machen, hätte man ja auch mal bei denen gucken können, wie die das gemacht haben und was gut gelaufen ist, ja, ja, egal, also, es ist jetzt mal da. aber das ist doch, gefühlt zumindest in Deutschland wenig Bewusstsein, womöglich sogar überhaupt erst da ist, dass man von anderen Ländern ja auch lernen könnte, wie man zum Beispiel digitale Infrastruktur aufbaut oder ähnliches. Hast du natürlich recht. Das wird da gerne irgendwie angesetzt, dass man es selbst lösen muss. Anyway, wir machen jetzt hier mal einen Cut und jetzt lenke ich mir noch was Positives aus, damit es hier nicht ganz so melodramatisch zu Ende geht. Martin lacht schon, das ist schon mal ein guter Start. Also Lithium summa summarum, wenn man einen kurzen Halbzeitstand ziehen kann, es gibt ziemlich viel davon. Es ist unwahrscheinlich, dass es uns ausgeht an echtem Material, um unseren Bedarf, den wir prognostizieren können, über Autos zu decken. Ob wir überhaupt so viele Autos bauen, ist eine ganz andere Frage. Wenn wir uns Mikromobilität anschauen, dann sehen wir, dass da deutlich weniger Masse benötigt wird, um genauso viele Menschen zu bewegen. In sehr vielen Fällen. Das ist also auch nochmal ein Hoffnungsschimmer. Wir haben uns unterhalten über den Abbau und Kritik am Abbau und die Vorkommen und die Möglichkeiten und viel Kontext gegeben. Und ich freue mich auf einen zweiten Teil. Und ihr hoffentlich auch. Und wünsche euch bis dahin viel Spaß beim Anhören. Wenn ihr es jetzt angehört habt, dann habt ihr es wahrscheinlich angehört. Und bezüglich zweiten Teil, Justin, da schauen wir nochmal, wann wir das hinkriegen. Ich würde gucken, dass wir es zeitnah hinkriegen. Und ja, ihr freut euch schon mal drauf. Wie immer gilt, wir freuen uns sehr über Feedback, über Anmerkungen. Wenn wir irgendwo, in Anführungsstrichen, Schwachsinn erzählt haben, dann weist uns drauf hin. Wir freuen uns da immer. Wenn ihr es besser wisst, dann meldet euch und dann schauen wir zusammen, ob ihr es wirklich besser wisst oder denkt, dass ihr es besser wisst. Schreibt mir oder uns gerne über Twitter, über LinkedIn. Wenn du magst, Justin, hau noch deinen Twitter-Händel raus oder magst du nicht? J-M-O-V-S-J-M-O-V-S. Sehr gut. Ressourcen-FM einfach bei Twitter eingeben, at Ressourcen-FM. Oder per Wire. Dort erreicht ihr uns auch über at Ressourcen-FM. Und wenn ihr uns dann eine Sprachnachricht schickt und die gut ist und sinnvoll ist, dann nehmen wir die vielleicht sogar hier mit in den Podcast auf. Also, könnt ihr euch drauf freuen. Außerdem habe ich etwas zu verlosen. Ja, das mache ich immer am Ende. Ich mag das immer nicht, wenn das am Anfang gemacht wird und dann irgendwie so ein Job ist. Es gibt Ressourcen-FM-T-Shirts. Es gibt eine ganz, ganz kleine Anzahl, die ich selber sponsere. Wenn ihr eins wollt, dann meldet euch bei mir. Eben auch über die entsprechenden Kanäle, über die Webseite. Das heißt, du hast eine größere Anzahl, die du jetzt in deinem Shop hast. Ja, ich habe noch keinen Shop, aber wenn ihr Interesse dran habt, dann schreibt mir, die Dinger kosten pro Stück, ich glaube, 20 Euro oder so. Da ist aber deine Marge schon drin. Nicht, dass du jetzt den Preis noch erhöhen musst. Nee, nee, nee. Da ist jetzt minimale Marge. Ich glaube, 50 Sende, irgendwie 19,50 oder sowas kosten. Ich weiß es nicht. Aber zusätzlich dann noch Versandgebühren. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, dann meldet euch und schreibt mir einfach. Und je nachdem, wie viele sich da melden, dann würde ich auch einen Shop einrichten. Aber ich nehme jetzt mal nicht an, dass es so viele sind, dass sich das lohnt. Deswegen meldet euch gerne. Und ja, wenn ihr einen Wunsch für ein Material habt oder für einen Rohstoff habt oder andere Anmerkungen, meldet euch jederzeit. Ich freue mich immer darüber, wenn sich jemand meldet und mir schreibt. Ja, ist erstaunlich. Ja, wobei, ist schon immer mal wieder der Fall. So zwei, drei Leute pro Episode. Aber könnte natürlich auch mehr sein, würde ich mich auch freuen, da in eine Debatte zu kommen. Sehr gut. Gut, damit machen wir den Sack zu. Wie immer bleibt mir nur am Ende zu sagen, die wichtigste Ressource der Menschheit ist ein unsteter Geist. Vielen Dank dir, Justin, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.